Jetzt haltet mal alle die Fresse, was ich sagen wollte. Borderlands 3 kommt bald raus, Allah. Und deswegen spielen wir heute Borderlands 2 aus Vorfreude. Wir wollen uns und euch heiß machen und haben mega Bock, Allah. Ihr könnt im Panel unter diesem Stream da draufklicken, dann könnt ihr Borderlands 3 vorbestellen. Solltet ihr die auch so heiß wie Frittenfett sein wie wir, Allah. Außerdem gibt es ja auch einen Bot, der den Link in den Chat postet. Da, gerade in diesem Moment. So, außerdem, ganz kurz, gibt es ein VIP-Programm. Ja, das ist der zweite Link. Ein VIP-Programm. Das bedeutet, solltet ihr heiß sein auf Borderlands 3, könnt ihr euch da so einen Account anlegen. Und da könnt ihr Punkte sammeln, indem ihr Trailer schaut, Artikel lest, Leute einladet, auch dieses Programm zu nutzen. Und, und, und. Ihr müsst euch letztendlich einfach nur für Borderlands 3 begeistern. Und dafür sammelt ihr Punkte und die könnt ihr da einlösen, für dann In-Game, aber auch nicht nur In-Game Sachen. Und dann bekommt ihr Belohnung, alles. Nämlich auch nochmal belohnt. So viel auch dazu. Okay, können wir jetzt endlich starten? Ja, wäre geil. Ja, Christoph, mach doch endlich mal Start. Warte mal, welche Klasse nehme ich? Welche Klasse nehme ich? Psycho. Äh, Guncircer. Glaube ich. Naja, Psycho. Okay. Dann kannst du Guncircuit spielen und spielen. Okay. Ey, ich spiel den Kommando, Alter. Okay. Neues Spiel. Was ist Borderlands 3? Bin erst leise, wenn du mich timeoutest. Okay, dann timeout ich. Also musst du noch irgendwas umstellen? Warte, online nur Freunde? Ja, okay. Spielersuche oder, ne, neues Spiel einfach, ne? Gut, wir können nicht mehr als vier Menschen in dem Spiel haben, also das ist gut. Geht's bei euch los? Ja, ja, es geht los. Geil, Alter, geil. Äh, ist ein Schlüssel, Alter. Wenn nicht Pech, ich erzähl sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, um zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Das ist ein Schlüssel, Alter. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Voll dumm, Alter. Halt doch mal die Schnauze! Die Kammer führte zur Bildung von Eridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Eridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich! Nennen sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit Ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack. Dump, Dump, Dump. Geil! Können wir jetzt Leute töten? Können wir jetzt endlich töten? Wie los? Ah ne, jetzt kommt... Oh, wer ist er denn? Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. Lauser, Alter. Lauser, Alter. Okay, es gäbe uns überraschränken. Nee, das mache ich jetzt nicht. Aber er hat dann ein bisschen zu viele besoffen. Jo. Oder zu wenig, ist ja auch heiß, ne? Oh, Digga, oh, Mann. Ach, scheiße. Das ist die Geschichte von Handsome Splatter. Ey, das Intro kenne ich noch. Jetzt kommt aus dem Bus, oder? Oh, unnormal. Mega schwang. Oh, mal Kette. Gib Kette, Bruder. Nee. Voll. Ey, ich muss unbedingt lauter machen. So ist das ein bisschen awkward, Anna. Oh, gib dir eine Wichtung. Oh, warum? Weil Bock hat. Den spiel ich. Ist das einer von den Gegner? Ja. Ja. Das ist ein Psycho. Den spiel ich. Hoppala. Alter, Mucke geht los. Okay, Games Presents. Amina, Koyon. Oh. Ein bisschen klar, das hat man schon kommen sehen. Bei mir ist das Sounder etwas versetzt, weil ich, glaube ich, einmal rausgetappt bin. Nice. Boah. Wann kam das Spiel raus? 2009? Nee, oder? Nee, nee. 15, oder? 15, oder? Äh. Was, willst du mich verarschen? 2018, oder? 2012, siehst du, schreiben sie bei mir auch. Ja, 12, oder? Oder hell? Das ist schaffig. Ah, die Mucke geht gut ab, ey. Das ist Kommand. Okay. FPS, Alter. Das für nicht, Alter. Das ist Splatterman. Der Kommando. Echt? Sind jetzt hier die Leute drin, die wir dabei haben? Ja. Nee, nee, nee. Das ist die Sirene. Da spielt ja keiner von uns. Oh, scheiße. Die neue Charakteren sind nicht hier. Äh, Guncircle, Psycho, Mechromancer. Könnt ihr mal die kleine Fresse halten? Ah. Wer ist er? Guncircle. Fuck. Warte mal, du. Boah. Ah, das ist der Ganzen, Zerker. Den hätte ich auch genieben können. Naja. Und noch mal. Ah ja, es gibt ja diesen Ninja. Und noch mal. Das ist Master Key, oder? Boah. D-Row. Als eine Zahl. D-Row is still the man. Ah, die gibt's auch einen neuen Teil, aber nur als NPC. Oh, ich bin ja nicht zulassen, dass ein paar psychopathische Mörder vor mir bei der Kammer sind. Versteht mich nicht falsch. Ist ja putzig, dass ihr glaubt, ihr werdet die Helden in diesem Abenteuer, aber das seid ihr nicht. Willkommen auf Pandora, Freunde. Okay. Ich bin zu Ende alle tot. Jetzt kommen die Credits. War ein geiles Game. Aha. So, das war der erste Run. Geil. Ich will der Ninja sein. Name Krieg. Was? Achso, ich darf jetzt das erste aussuchen. Okay. Hä? Nein, wir suchen alle was. Hanno. Äh. Ah, loy. Ich kann dir Skins aussuchen. Nö. Loy. Oh, loy. Name Allah. Sprint. Ich brauche was, was Damage macht. Oh, hier der Tattoos. Bade im Blut. Ja, den nehm ich. Kopf, Kopf ist Krieg. Ah, leckeres Fleisch sieht gut aus. Ahaha. Die Kapuze. Übel der Henker. What the fuck? Yo. Nehm ich. Alter, kommt, Echsen. Irene ist okay. Wie ist das denn? So, ich mach gleich Sound lauter. Ihr müsst dann sagen, wie laut. Also ihr, ne? Hehe, hallo. Moin. Ich glaub, ich nehm den, den hier. Okay? Kopf. Oh, Kopf kann man... Oh, lol. Man kann den Kopf, Allah. Man kann den Kopf abnehmen. Man kann den Kopf, Allah. Boah, Alter. Alter, ich spiel den. Der ist ja übel nice. Schau dir alle Skins durch. Geht das jetzt noch? Nö. Oh, Option. Geil. Er hat 40 Sekunden. So? Er sieht aus wie so ein Sadoman. Ja, meiner auch. Kalle, alle warten auf dich, ne? Echt? Alle. Ja, alle. Ich bin für ein 30 Sekunden. Welches Headset hat Hand of Blood? Allah, ist Arctis unten in der Busch... Äh. Habt ihr den Namen geändert? Ist wichtig. Ja. Hanno, ja, klar. Hallo. Oder ich mach Kalli. Süßer. So. Charakter bestätigen. 5, 4, 3, 2, 1. Alter. Oh, ist gar nicht laut. Oh, nochmal. Ich glaube, ich habe einen voll hässlich gemacht. Oh, ich muss sagen, jetzt habe ich schon ein bisschen... Also jetzt ist man so nach dem Intro, ist man jetzt echt so ein bisschen... Ja, und nach der Charakterstellung drauf. Ja, ja, ja. Ah, toll. Noch ein toter Kammerjäger. Den hasse ich ja. Handsome Jackpot, Lazy. Den lieben alle, Kalle. Ich kann zu einem Dark Crab Summonen. Ja, das war's. Mit meiner Ability. Kann mich noch nicht bewegen. Ich bin nicht doof. Ja. Jetzt komme ich von diesem Glacier runter. Clap Crab, dein metaphorisches Schiff ist endlich in Kommen. Boah, ist das empfindlich. Unnormal. Oh, jetzt kommt ein Maus. Woo. Wer ist das? Das ist, äh, Gister, oder? Scheiße. Hallo. Wie kommt so scheiße aus? Das ist jetzt doch ein bisschen laut. Leute, Leute, guckt mal auf, äh, Spider-Man. Was mit, wer ist Splatter-Man? Hallo. Alter, du bist hässlich. Ja. Wer ist denn Splatter-Man? Der Hässliche. Der Hässliche. Der Hässliche? Ich bin hässlich. Ich. Krass. Wie. Okay. Oh, scheiße. Ich hab keine Motion mehr. Oh. Voll, ich geh wahrscheinlich. Ich hab keine Munition mehr. Oh, normal. Wo müssen wir denn hin? Warum rennen wir? Äh, we are following a Club Grab right now. Tschüss, äh, Hass. Okay, ich muss erstmal graben. Ich muss in der... Schöne Nordlichter auch immer, am Himmel. Tolle Details. Geil. Tolle Details. Ja. Ich wollte nur mal... Warstensitivity ist so hoch. Scheiße. Welcome. Jo, er nimmt alles. Ich glaube, es ist auch woanders hin. Ich geh in den. Ich geh in den. Ist mir egal. Tschüss, Splatter. Also, man wird auf jeden Fall belohnt als Ninja-Looter hier in dem Game, oder? Jo. Oh. Ich glaube, jetzt geht's ab hier. Alter, lass mich durch die Tür. Nö. Ha, die kenn ich noch. Lass doch. Lass doch. Lass doch. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefördert. Geil. Die Brotgekläte. Ehe gedrückt halt. Alter, wie laut er ist. Er geht mir richtig auf den Sack. Ja. Also, er ist gerade schon ein bisschen... Aber das ist halt auch er, weißt du? Oh. Oh. Okay. Hoppala. Alter, Melfall. Ich hasse Claptrap. Ich muss sagen, ich hasse Claptrap. Sorry. Okay. Mein Auge... Äh! Tschüss. So. Was machen wir jetzt? Oh, warte. Reden er Deutsch für euch? Ja. Ach, okay. Oh, geil. Das ist ganz cool. Du kannst ja für viele deine Sprache hatten haben. Besorgt dir eine Waffe. Ja. Müssen wir jetzt fighten, Allah? Äh, schon. Also, der klärt's grad. Bald. Ja, das ist so süßelig. Und der hält die Fresse nicht. Der redet eh... Oh, Junge. Wir haben Munition, ne? Begrenzt. Na ja, komm. Ich überleg gerade, wo wir meine... Ich will auch durch. Was ist los? Oh, ich bin Kissen. Oh, frei, Dings. Äh! Alles schlecht, alles schlecht. Du kannst eh halten und dann nimmst du alles. Ja, ich hab's gerade versucht. Wenn du eh halt, dann nimmst du alles. Oh, gut. Gut zu wissen. Oh, Schnellreise. Ne, das wollen wir nicht. Alter, ich will ihn töten. Jetzt schon. Ich hoffe, wir haben Zeit für die DLC. Der DLC in Borderland ist echt geil. Wie macht man da Kampf? V. Hab ihn doch gemessert, Allah. Oh, ich hab challenged. Ich bleibe mein Töter. Hier sind die Gegner. Lass mal einen Ballern, Allah. Ne, hier sind erstmal Kisten, Allah. Boah, die hat auch nochmal gelohnt. Ey, weißt du, man will ihm auch irgendwie nicht zuhören. Ja, man will's auch wirklich nicht. Er ist einfach, er ist einfach... Oh, was ist das? Ah. Er ist so, wie wenn ich schreie mit dem Mikrofon. Ja, aber immer. Bleib dicht bei dem Roboter. Das Ding ist, die Cam umstellen, ist halt schwierig. Also, ja, leben. Warte mal. Also, ich hab's doch rechts. Ich glaub, vielleicht... Ja, rechts ginge. Okay. Sekunde. Leute, hier kommt der Gegner. Echt? Oh, ich hab mir ein dicker Bär drin an. Ja, ja, hier kommt ein Gegner. Geld! Splatterman! Ja, der Ninja-Looter ist hier noch unterwegs. Mann. Können wir nicht den Loot irgendwie für uns selber? Ne, ist nicht bei mir. Äh, I think there is actually an option word. So. Ich hab keine Ahnung, was ich hier eigentlich... Borderlands 3 ist das auf jeden Fall. Aber Splatterman is leader, so... Ich glaube, wir wollen gerne den Ninja-Loot haben. Ja, ich bin ja auf Kommander, Alter. Mann, er darf alles. So? Ja. Wo wurde gefeitet? Äh... Alles gut. Schön. Wo stellen wir eigentlich die Schwierigkeiten? Ein kleines Fickies? Nö, nö, alles gut. Wo wollen wir eine Schwierigkeitsgrade einstellen? Also, wie geht das? Geht das überhaupt? Äh, ich glaube, man kann's nicht. Wenn man dieses Spiel besiegt, dann... Äh, spielt man die gleiche Ding, aber schwieriger. Okay. Hier hab ich 90 Leben, das ist voll ungelohnt. Und wann du... Was heißt das? Ähm... When you hit a friend, dann challenge du er zu einem Duell. Du-du-du-du. Zeit für einen. Oh, hier kommen wir mal mehr. Fittisch. Amina. Oh, da kommt ein Dicker. Ein Dicker. Oh. Aha. Wie ist das denn für die Dinger? Ich werfe dich denn eine Granate? Der ist bei mir auch. Kolum. Hier, drei, fünf. Nee, geh vielleicht, aber... Der lebt die nicht mehr. Nee, geh auch nicht. Ich bin gesagt, dass Geld und Ammo sind sowieso. Okay, es ist so mit mir bei, Ammo? Ich glaube so, ja. Wo ist denn der alte? Äh, der ist weg. Ja. So, wir mussten erst mal den... Geh doch mal durch die Wand, Alla. Henson, Job. Alter, was ist mit ihm? Hm, Geld wird gesplittet, okay. Was ist mit ihm? Ey, Spatter, Spatter. Ja, erst mal gucken, wo man... Wer sind die ganzen Leute, die mit mir reden? Oh, noch mal. Sprinten, Karzexpumpe. Oh, mein Auge ist wieder an. Granate werfen, geh. Doch, okay. Ja, aber er lebt die nicht nach. Ich hab null von drei. Okay, vier, jetzt aber... Ja, aber nein. Ich jetzt? Oh, was? Oh, der ist ja schwer. Oh, der ist ja schwer. Oh, scheiße, was machen wir? Oh, ich muss mal hinterher, ey. Der ist voll aus dem Markt, ey. Oh, man. Ist fast tot. Schwer, schwer, schwer. Wuh. Was tun wir denn noch andere? Was tun wir denn noch mehr? Ja, aber es ist scheiße gehabt, wo man dem hinschießt, oder? Äh, Kopf machen, äh, fünfmal Schaden. Jo. Boah, hier sind Items, Alter. Erstmal reinrennen. Ne, Salud. Super, Pistolen. Gibt mir das Money. 15 Dollars. Ah, okay. Spitze. Okay. Alter, ich hör ihm halt einfach null zu, ne? Ich auch. Ich geh mir auch nur auf die Eier. Also, sorry. Ja, so war es mal lieber den Profis reden. Also, es gibt auf jeden Fall den Claptrap und es gibt eine Frau, die mit einem redet, die sagt, ja, folgt dem Roboter und er hält halt nicht die Elektro-Backen aller und jetzt wurde ihm Auge geklaut und das holen wir jetzt. Open. Der dritte Boss killt mindestens zwei von euch. Okay, werden wir ja sehen. Ja, okay. Okay, ich spiele dann. Ich stelle mir da ganz hinten. Ich habe keine Ahnung, oder? Immer der, der bei sowas stirbt. Junge, jetzt halt die... Hier, sie. Wer ist sie? Woher kommt sie? Ich habe auch keine Ahnung, aber... Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Aha. Ah, so krass. Warum? Ja, ich nehme einfach alles mit, okay? Ey. Alter. Ha! Ey. Ha! Du hast hier irgendwas gesnackt, ne? Jo. Oh, ein dreckiger Ninja-Luther. Freigeschaltet. Das wird schon... Das wird noch für Stress sorgen hier, das Thema, muss ich sagen. Ja, ja, ich habe Sachen freigeschaltet. Ja, ja. Ja, ja, cool. Ja, ich habe noch was freigeschaltet. Bitte warten, ja. Wie kann ich denn... Also, I drücken geht nicht. Was ist das? Das ist ein Naturalist Legend Annex freigeschaltet. Ich habe eine Schottie. Ich will killen! Ja! Ich will killen! Hat das meiner gesagt? Ja. Nur bei mir? Gala! Ich versuche halt halbwegs die Story mitzubekommen, aber es ist echt schwierig. Äh, nein, aber basicly the thing on the end there, that's for a DLC, so it's not relevant. Like, you summarized the story pretty well before. Ich glaube, ich habe einen Sniper, Allah. 360. Oh, ich kriege Aua. Ich kriege Erfahrung. Hey! Hey, der hat nur einen Schuss. Oh, nochmal. Nee, gibt's noch. Ja! Alter, da können wir immer mehr. Oh! Oh Gott. Alter! Ich habe einen Doppelsprung, Brudi. Richtig. So, hier, hier sind ein paar Leute. Alter! Irgendwer sniped ihn. Völlig aus dem Leben. Du hast ihn richtig wegge... Speicht, äh, ge... Geaxtet. Ja, guck mal her. Geaxtet. Boah. Hehehe. Ich... Alter, das ist ja wahnsinnig. Ey, steht ihm einfach alle nur auch nochmal belohnt. Hehehe. Könnt ihr uns einfach mal jetzt töten lassen? Weil die Labe... Wer ist der Kaukoll? Oh, nein! Au, aua. Aua! Wer ist er jetzt? Flint! Hm, das ist der dritte. Okay. Moin. Kann das sein, dass ich alleine kämpfe gegen die ganzen Leute? Oh, mach's denn! Ich sterbe gerade. Ich bin oben in dir. Ja, ja, ich leb gleich wieder. Oh! Jetzt ist Bürgerzeit! Meiko Meister! Oh, ich hab keine... Oh, ich hab... Aua, aua. Wie kann ich mich heilen? Gibt's den Knopf zum Heilen? Okay, also die halten ein bisschen mehr aus. Wann du stirbst, dann töten einen Gegner und du lebst wieder. Oh, nächstes Level. Oh, jetzt hab ich wieder gekostet. Hehehe. Boah, schön Wickel. Wo seid ihr so? Erst? Geil? Ich renne hier rum und schieße. Ach, ich bin allein hier gegen die alle. Ah, okay. Niki, wie war ich vorhin auch schon dran, Max? War ich schon gut? Max, machen einen... Oui! ... zu spieler der Quest. Alleine. Was? Ich mach ne Quest, ja? Ja, das ist ein... Okay, ja. Ja, okay, ja. Ja, ich hab die Quest fertig. Gut gemacht. Was labern die... Ich glaube, die Story ist halt dafür ausgelegt, dass man alleine spielt und die ganze Zeit zuhört. Es hört echt nicht auf. War das bei... Ich weiß nicht, ob das bei Borderlands 1 auch so war. Also Borderlands 1 hab ich tatsächlich durchgespielt, aber ist echt lang her. Wer stöhnt denn hier? Alter, der soll einfach sein dreckiges Conner-Maul halten. Bei Borderlands 1 gibt's kaum Voice-Eckling. Wer ist er denn jetzt, Alter? Ja, Hammerlock, Alter. Lass dich abkleiden. Ich hau dir ne Kugel in dein Gesicht, Junge. Oh, la, ich krieg über Schaden. Wie heile ich mich, ey? Ja, mach auf den Strunk. Äh, du wartest. Geht? Nee, es gibt nur die Medikits, die kleinen. Small ones. Die liegen hier irgendwo rum, immer, ne? Ja, ja, aber wie... Muss ich dafür i drücken und so? Einfach rüberlaufen. Oh, jetzt ein Shop. Ja, um Quest. Alter. Ja, warum kann ich denn da nicht durchgehen? Du bist aber zu fett. Ja, das Ding ist, wir machen's auch nicht besser, indem wir die ganze Zeit auch rumschreien und labern, aber, ja. Hi, Leute. Deswegen meine ich, wahrscheinlich ist das eher für Singleplayer, so die Story krass zu folgen. Hoi, Leute. Hoi. Ja, aber dann müssen wir auch mal die Fresse halten. Okay, sorry. Dann sind wir jetzt einfach ruhig und reden gar nicht mehr. Okay, ja. Lass das für ein paar Minuten machen. Äh, reden mit dem Dingy. Hammerlock. Und dann könnten wir jetzt den nächsten Ding geben. Gut, gut. Also, ich will maximalen Schaden... Schst! Hab ich schon. Okay. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Hey, gib meine Waffe wieder! Hab dein Kretze! Oh, Gott! Pssst! mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammen tun. Auf diesem Gletscher hier außen nur Trottel und Mörder, wie zum Beispiel dieser Heverlock. Ich stehe direkt hier. Jetzt wo Leihersberg sicher ist, kann ich hier den Hauptstrom wieder anschauen. Oh, dual time. Easy snack. Pssst! Das sah aus, als wir getan haben. Pssst! Aha! Also die halten halt wirklich nicht die Fresse. Die Ziele auf deinen Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missions-Log auf deinem Echo-Gerät ändern. Wo sehe ich eigentlich meine Munition? Rechts, ne? Unterrecht, ja. Okay. Jetzt die Mission das macht. Okay, sie halten die Fresse. Ja. Super. Okay, ich habe jetzt eine Mission angenommen. Ich habe jetzt ein Schild. Der regeneriert sich. Okay. Wie heile ich mich? Oder kommt? Da sind wieder Kriecher dahinten. Die habe ich eben alle gekillt. Da liegen die Leichen auf. Diese Heuchler. Das ist hier schon am Ballern. Aber das ist alles schon fank. Ehh. 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 Das ist fanky. Alter, Herbert. Schluck dich auf. Oh, da kommen noch mehr Leute. Das ist fanky. Das ist fanky. Das ist fanky. Okay, Challenge. Wir müssen immer sofort leise sein, wenn jemand redet. Egal was gerade ist und wir sagen. Und wenn jemand stirbt. Auch wenn dieser kleine Kack oben redet? Oh krass. Was machen wir? Sorry. Okay, jederzeit die Leute von den KIs sprechen, We have to stop talking. Okay. Instantly. Okay. Jetzt haben die gleichzeitig... Hallo. Es gilt Kropfzeug abzuschießen. Diese Brettchen sind eklig. Und? Wie war dein Tag schon? Wir haben die Fliege gesehen, sind sich abzuschauen. Wo waren Reben wieder? Hey, du bleibst es richtig dort draußen zu Tode? Eher nicht. Vorher kriegst du die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay. Okay. Bis dann. Alter, die reden teilweise gleichzeitig. Jaja. Das ist ja unfa- Das hab ich auch grad richtig getät. Und dann redet, boah, die zu Brezel schmeckt echt unnormal. Scheiße. Und ich so hä? Okay. Gehen wir jetzt nach Norden. Ja, Norden. Ne, Westen. Hier ist so ne Heilungsstation. Ja, geil. Super. Sogar die Automaten reden mit einem. Warum ist die Mucke jetzt so laut? Das ist geil, aber... War nicht schwarze Namen. Und... Ja. Oder schießt wer? Ob uns? Und ja. Schneibt die weg. Ich komm halt krass gar nicht. Klar nicht. Ich hab keine Ahnung was wir machen müssen. Ja, hast du grad nicht zugehört? Ja, schon. Aber... So, ich geh rein. Ich geh euch. Aber er will Nahkampf? Kriegt er. Alter, hier. Ich explodiere Dinge. Die kommen ja aus der Bude. Boah, ich bin down. Er hat mich weggehauen. Kämpfe um dein Leben. Da ist noch ein Gegner und dann alles. Ich hab's das, Karla Boy. Ja, easy. Spiel schwer. Neue Stärke. So. Was laberst du? Das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit? Arschgaul. Nee, das ist noch übel. Ich traurig dein neues Wort. Arschgaul! Ja. Neues Wort. Ohne Witz. Wir töten fünf Gegner. 38 Charaktere reden auf einen ein. Unnormal belohnt. Kann man hier rüberspringen? Nö. Ne. Du musst diesen töten, um dann ein Gate öffnen. Und dann kann ich gehen. Super. Oh, da kommt ein Psycho. Boah, Headshot, Alter. Geil, ich bin auch einer. Dieser Pony heißt Butt Stallion auf Englisch. Geil. Arschgaul. Hey, hinter dir ist einer. Ja. Ja, ich hab's auch ganz viel mehr. Ich hab's auch runtergejumpft. Ich hab's auch runtergejumpft. Ich bin auch geschliffst. Und dann? Kannst du dich hier? Und dann pfff. Und dann große Loot hier. Cut. Oben. Ich glaub, er ist Platte genommen alles jetzt. Aber... Geil. Geil. Alles looten. Das ist, äh, ne, äh, noch ein Chill für euch. Achtung, er redet. Ja? Geil. Er redet gleich wieder bestimmt richtig viel. Okay. Oh, Achtung. Alter! Ja? Das ist, äh, Sam's Mood, ähm. Pssst, wir dürfen nicht reden, wenn er redet. Ah. Doppelklang. Pff. 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 Arschgaul sagt hallo. Hört ihr mich noch? Ich hab grad auf'n Tischgaul. Ja, ja, ja. Hört ihn noch. Ah, das ist Arschgaul. Was passiert hier? No, no, no. Das ist Boom and Fuse, i think. Da fang ich hier nicht mehr hoch, weil ich untersuch's los. Oh, oh,ค tenim. Oh, suffi pace, okay. Wir müssen wieder hochgehen, glaube ich, fast alle. Äh. Äh, Leute, ich bin allein, glaube ich, in dieser Aräne, ne, ist er da. Äh, ich bin hier auch, aber ich hab' fast gar keinen HP. Äh, guck, äh, was ist das, äh, westlich. Der kleine Planet... Hä? Der kriegt keinen Schaden? Doch, kriegt der. Der ist wirklich tränky. Warst du für die großen Kanonen? Oh, rein. Danassen. Ja, ihr blockt mich. Uff. Shit. Oh, Claptrap. Ja, jetzt hält er die Fresse. Oh shit, der verfehlt. Okay, der Kleine ist fast tot. Oh, der kommt angejumped, Alter. Der Kleine ist fast tot. Der Kleine ist weg. Hä? Und dann mussten wir die Größe. Der Turret. Okay, verstehe. Ich lenke grad die Kanone ab. Ich lenke grad die Kanone ab. Wir haben das Platterman geholt. Gut gemacht. Die dreht sich komplett nur noch mir. Juhu. Bruder, komm zurück, bitte. Müssen wir den oben abknallen oder die Kanone? Der kleine Ding haben, Morbin. Krallett nicht. Achtung. Oh Mann. Irgendwie kriegt... Irgendwie macht der nur manchmal Schaden. Oh. Oh. Ich hab mich, glaub ich, selber umgehauen. Super. Der dreht sich immer weiter nach mir. Okay. Der ist schon runtergefallen, oder? Er ist tot. Nee, jetzt ist es. Er ist jetzt ohne. Okay. Oh Mann. Alter, er hat ne Shotgun. Uff. Alter. Oh, äh. Mehr Shields hier. Besser Shields, Leute. Ja, aber wir fighten auch den noch. Ja, aber... Und Christo hat ein bisschen Probleme mit ein paar Leuten, Ala. Au. Ja. Wir verlieren alle. Aua. Ja, Christo, er ist an dir dran, ne? Super. Ja. Ja, looten ist cool. Hast du das... Oh Gott. Was hat... Fast gar keine HP. Oh, ne. Afos ist down. Oh, es sind immer noch welche. Äh, Kapitan, renn im Kanun. He. Du kannst in den großen Kanun, äh, sitzen. Echt? Ja. Hätten wir gerade im Fight machen können. Moment, Moment. Du musst, äh, reden mit Club Shrap. Und jetzt. Verflex und zugenähtes versperrte Tor. Oh, Idee. Untertan. An die Kanone. Schießt das Tor kaputt. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden. Hoppla. Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft schießen. Äh, ich hab... Schieß jetzt auf. Ach so, beim Tor kommt da wahrscheinlich was raus, oder? Du hier, um dir den Bereich zu zeigen, auf den du schießen sollst. Wenn ich erst aus dem Weg gehe. Oder mit zu, Max. Mir ist egal. Okay, ich bin... Ich bin keine Wechsel. Er redet immer. Ähm... Er redet immer noch, bis du ihn schießt. Er redet immer noch, bis du ihn schießt. Er redet immer noch, bis du ihn schießt. Boah, gut, Carla. Das ist klar. Du kannst nicht bleiben. Und, äh... Alter, wurde er weggeputzt, ey. Boom. Hier vorne steht noch einer, ne? Weg mit dir. So. Merci. Ey, der hat gesagt, fick dich. Weiß jetzt nicht, wie ich das... Danke. Ey, ich hab mir so einen Punkt zu vergeben. Wie öffne ich da das... Äh... Du drückst Tab. 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 Und dann, äh... Äh... Alter, was... Was für ein Drache? Fledermaus. Alter, ist zu weh. Ja, mach ich mal nach dem Pfeil. Jetzt hast du die, äh... Shainsaw-Axe-Dingin. Hä, die Viecher gehen hier auf mich. Alter. Fledermäuse. Eins hab ich. Fledermäuse, Leute. Ja, gut, Kalle. Halt dir mal. Wie wird's ein Sturzflug manchmal? Unnormal. Also, gefühle würde ich... Würde ich sagen, ich hab mal endlich Munition. Aber hab ich nicht, ne? Nee. Aber jetzt haben wir ja auch viele ein. So. Das los. Fledermaus. Gib mir hier voll auf den Sticker. So, soll ich raus? So, soll ich raus? Ja, komm. Komm ran. Ich hab nur Pistolen, weil irgendwie nur Pistolen droppen. Der Junge, was ist falsch mit ihm? Stimmt's, Leute? Strasse. Okay. Fledermäuse. Alter. Der ist geklatscht. Der ist geklatscht. Der ist weggeklatscht, aber... So. Wie mach ich jetzt? Skillung? Hier. Ups. Auf Tappen. Auf Tappen hat man Skillung, ne? Ja. Hä? Wtf? Ja, genau. Dann kannst du... Set... Äh, was warst das? F? F drücken? Für deinen Ultimates. Wtf? Lachs-Randale. Lachs. Ja, was nehmen wir? Ich glaube, dass du in der Mitte für den Nahkampf. Du musst die, äh, dein Ultimates, äh, erste Skillung. So. Ja, also erstmal kann man nur die Ultimation machen. Ja, ja. Diese Waffe ist... Was? Sie ist an diese Gegner, aber... Ich weiß nicht, was hier geht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was macht das? Während Butz-Rand... Butz-Ax-Randale ist dein Nahkampfschaden und deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Tötest du einen Gegner, wird deine Gesundheit sofort voll wiederhergestellt. What? Ja. Okay, das ist ja ultra geil. Lol, okay. Und wenn ich Schaden kriege, beschleunigt sich die Abklingzeit. Oh, nochmal. Hier wird schon wieder geballert? Ja, dann mach ich jetzt eine Butz-Ax-Randale. Warte mal. Guck mal ran. Auf den Meta. Okay, richtig Schaden macht das nicht. Ah, das... Wie low! Dieses Ding ist ein... Ja, fairerweise was. Ja, aber... Ich brauche meine Ulti, also... Ja. Yo, ich glaube, mich kriegt jetzt hier keiner hochgehoben, oder? Ich komme! Ach, scheiße. Und jetzt? Äh, du kommst wieder... Ich komme wieder. Ja. Ja. Hä? Okay, was... Meine Ulti ist wahrscheinlich so ein Tower, ne? Genau. Dann gehe ich mal rein und dann werfe ich den mal, wa? Ui! Wie? Ah, es hat eine Gebühr gekostet. Äh, richtig deutsch. Wie schön. Ach, mein Turret. Mein Turret. Alter. Irgendwas mit Anglis im Modus. Ach, Vossel hat richtig den Roboter beschworen. Genau. Das ist ein Death Trap. Der bessere Death Trap. Das ist ein Cleaner. Ja. Das ist aber richtig dicker, ey. Uh! Ah, Kalle geht rein. Hey, man kann ja nicht hoch? Schade. Aua! Ah, ich bin down! Oh, das tut ganz schön weh, aui! Okay, die halten gut was aus, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass... Also, ihr habt das Gefühl, Sniper ist sehr übel gut. Äh... So, wie holen wir einen Splatter? Ja. Was würden passieren, wenn ich sterbe, bin ich einfach ganz in Ordnung. Nee, es gibt ja so Automaten, da wirst du wiederbelebt und es kostet Geld. Ja. Es gibt ein paar Punkte auf der Map, wo man nicht resurrekt wird, wenn es eine Boss-Fight ist, zum Beispiel. Ähm. Das ist... Witzig. Er wird nicht mein... Oh, 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 oh! Was schreiten jetzt hier? Wieso treffe ich den nicht? Was ist das für ein Scope? Okay, so treffe ich besser. Aua. Okay. Apostel wurde weggemacht. Ja, badass Dingy. Hä? Ich muss echt deutlich tiefer aimen, irgendwie. Oh Gott, die Waffe! Alles Waffe im Start ist so schlecht. Ja, ja, also unfassbar, wie wenig Schaden man macht. Das Ding ist, jetzt krieg ich halt richtig auf die Fresse. Aber du stirbst nix, oder? Aber, nö, ist in Ordnung. Alles gut, danke dir. Den einen haben wir? Den einen haben wir? Ich hab gar keine mehr im Nation. Ohne Witz. Ich auch nicht. Alter, hier liegt ne grüne Pistole, unnormal. Die ist in allem schlechter, super. Ich brauch ne ordentliche Waffe. Warum reden die alle? Ich glaub, ich mach das sogar, aber zu ganz aus ist ja auch doof. Aber das ist kein important Ding. Ja, 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 ja. Er sagt... Oh, wow. Probieren die Pistolen. Heilige Scheiße. Ich glaub, ich mach die Musik leise, oder aus. Ich hab die Musik schon aus. Irgendwie ist es geil, aber irgendwie auch nicht... Habt ihr die Musik an, aus? Äh, ich hab an. Er hat an, oder? Ich hab an. Effektiv gegen Fleisch. Sehr gut. Jetzt hab ich... Aber ist echt erstmal nur Pistolen, ne? Oder? Habt ihr schon irgendwas gelodet, was krass war, was nicht Pistole war? Äh... Sniper, aber ich glaub, das ist so die Anklangswaffe. Ja, Pistolen und Sniper ist gut. Für mich. Oh, hier... Hier läuft schon wieder einer. Alter, hier ist meine Granate. Man hat so viel Schuss mit Pistole ab. Äh, wie schmeiß ich die Granate? Geh? Ja, aber man muss halt welche haben. Ja, ja. Ich bin auch schon aufgefallen. So, lass hier... Ich glaube, wir lassen noch echt viel Loot liegen. Ihhh! Oder? Oh, ich hab neue Waffen. Ich hab keine Ahnung. Wir haben nix. Kein Loot. In Häuser kann man auch nicht rein, ne? In manche. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Unser Ziel ist irgendwie in Gegensatzrichtung. Äh... Wir gehen hoch. Und wir machen es dann eben, äh... Circle. Wir gehen hoch. Ah. Ist das hier so eine, äh... Speicherstation, oder was? Wer bitte? Speicherstation. Da hat sich grad so ein Ding ausgefahren. Okay, da sind Leute. Boah, halt mal weg. Das snipe den Typen. Ja, warte. Okay. Ja, so kann ich wenigstens Headshots machen. Das ist besser. Schönes Red Dot. Oh, der brennt. Das ist ja geil. Okay, die Pistole ist nice. Take my grenade, Allah. Typischer Treffer, Allah. Ist ja vorhin Gegengesetz meiner Klassen, äh... Herange... Ich glaube, ich mach jetzt hier an. Aber Axt-Modus, Allah. Wobei jetzt eh gleich vorbei. Awww. I wanna kill them. Bist jetzt wieder... Bist jetzt wieder rum? Ne. Hier ist eine Ruhe. Oh. Da ist ein besseres Schild. Wobei... Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Geheert sich ja nur wieder deine Zuschauer. Ja, ja. Hör mich auf. Hör mich auf. Alte Schode. Alle Kamelle. Ich bin's langsam leid. Bin ich ehrlich. Ich nehm das halt gerade alles in mich auf. Ich bin voll... Keine Ahnung. Man merkt halt voll, wenn man so jetzt zum Beispiel... Aktuelle Shooter gewohnt ist wie, keine Ahnung, Apex oder so. Man... Man kann halt nicht überall einfach flugbahnmäßig lang rennen. Ja. Man bleibt halt echt viel irgendwo... Äh... Natürlich hängen oder liegen. Kann nicht irgendwelche... Jede Dachschräge hoch und so. Das ist die übelste Umgewöhnung aus heutiger Sicht. Oh, Alter. Also Flammenwerfer. Meine Waffe ist so bad. Eyo. Tromm. Ach, ich hätte schon Bock nochmal meine Ulti knallen zu lassen. Aber... Weiß ich nicht. Hä? Ich schlange die irgendwie auf den Claptrap ein? Ich schlange die irgendwie auf den Claptrap ein? Ahja. Ja. Ich schlange die echt zusammen. Weiß ich nicht. Müsst'n die wissen. Lass es fließen. Moin. Okay. Ja, ja, lecker. Heia, heia, heyia. Alter. Ich muss sagen, ohne Musik ist echt so ein bisschen entspanntes Knallen hier. Die Musik hat einen dazu gebracht, das wäre ja richtig unnormal. Boah, ich mache jetzt mal eine Old. Komm mal ran. Oh, One-Hit. Okay. Ich glaube, fast alles normales Enemies ist. One-Hit-Dainax. Aber... Okay, ja. I see, I see. Oh, da. Ich bin auf 5 HP. Oh mein Gott. Don't kill me. Wo ist der Feind? Oh, du musst aber komplett schoßen. Rang 5. Habe ich jetzt wieder Skilled, sag? Kannst du auch kommen? Ja, ich habe einen Skilled-Punkt. Ich habe ein leckeres Geschenk für euch. Sekunde. Boah, live. Wo ist ein leckeres Geschenk? Auf was gehe ich denn hier, Leute? Welchen Skilled-Tree? Das ist so eine krasse Kiste, ne? Ja. Boah, geil. Eine Schroffwinte. Denn euch. Eine bessere Waffe. Immer noch ein Leben. Okay, das heißt, ich muss ins Nahkampf gehen, wa? Ja, gehe ich auf Nahkampf? Ja, schon, oder? Ich gehe auf Nahkampf. Hoppala. Da sind aber Sachen weggeflogen hier gerade. Ja, hat gescheppert. Der Pistol all auf. Also ich habe ja jetzt im Tab auch so Pistolen noch mein Inventar. Was ist das denn? Äh, auf I. Den abpassen. Ja, ich weiß nicht, wann man den Scheiß hier mal verkaufen kann. Äh, ähm, jeden Automat. Wäre vielleicht auch mal... Ja, seit diesem Ganzen am Anfang. Find man auf dem Markt, irgendwie nur in Basen oder sowas? Oder findet man die überall auf der Map? Überall. Wir finden eins in zwei Minuten, oder so. Wo geht's denn? Vorne steht noch einer. Ja. Wo steht einer? Ja, hier hinten. Also wir gehen mit vorbekommen. Ja. Egal, lass das mal weiter. Woo! Oh, schick die denn bei. Oder, na, heavy scope, aber... Midair. Heavy scope, aber no scope, ne? Heavy scope, aber midair. Oh, Junge. Schön weggeaxt. Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Ich komme, Kalle. Ich stehe aber daneben, mach erstmal gar nichts. Super. Der hat einfach nicht vorbeigelaufen. So, meine Damen und Herren. Ach, der hat oben. Ich bin so verwirrt. Von wo kommen die Sounds? Wer ballert? Oben. Oben dir. Ja, aber das klingt die ganze Zeit, als wäre es neben mir. Und wer ist die Frau, die immer schreit? Das ist ein altes Spiel, Max. Ja. Ja, true. So, hier geht's hoch. Oh, schatz. 2 Dollar. Ehre. Ehre, Bruder. Boah. Boah, ich muss shit regulieren. Tschüssi. Oh, Jesus. Ich hab mir selbst weggeballert mit, äh, Mäge. Äh, Leute, wir brauchen hier ein bisschen Support, Allah. Ja, ich hab mein Dings eingestellt. Affostel hat hier ein bisschen One-Man-Show gemacht. Oh. Affostel lebt wieder? Ich hab mal Affostel aus. Äh. Ah. Tschüssi. Affostel tot. Scheiße. Echt? Ja. Ich komm wieder. Mann, warum Affostel? Ey. Du warst doch noch so jung. Da hast du eine Toilette? Jo. Jo, Alter, was? Oh, die ist besser. Okay. Die Jacobs. Alter, die hat unten so einen Rotpunkt. Ah, hier sind ganz schön viele Toiletten. Das ist ja nicht so ein Automat. Äh, ein bisschen höher. Du findest einen. Hier ist noch... Ey, wie man Loot aus der Toilette kriegt. Ich komm mir halt mega dumm vor, weil ich halt nicht mehr die Grundfunktion von diesem Spiel verstehe. Okay, hast du Fragen. Ähm. Es ist letztendlich... Es ist letztendlich wie ein... Wie Diablo oder so. Kennst du? Man, du rennst rum. Und Gegner kommen. Du loodest. Knallst sie ab. Ist ein Loot-Shooter. Ja. Ja, also... Wenn du es alleine spielst, kriegst du halt auch viel mehr mit, wenn... Weil du es erdulden musst. So Claptrap über... Ne? Und so. Ich mein, das ist das, was ich meine. So, dadurch, dass wir auch durcheinander reden. Ich weiß nicht mal, warum wir hier sind. Also irgendwas mit einer Kammer. Ähm. Basiglich... Also... Wir versuchen, zu steal Claptrap's ship back. Ja, sein scheiß Auge. Ja, der kleine Typ, der seine Augen verloren hat. Wir versuchen, zu steal his ship. Ja. Weil dieser Typ hat das ship. Okay, nice. Haben wir geschafft, anscheinend. Oder kommt das Boss halt. Das ist der dritte Boss. Da stehen mindestens zwei. Ähm. Ja, ich kann das passieren. Super. Nee, komm. Captain Flint, Alter. Brenne, Baby, brenne. Danke für die Übersetzung. Burn, Baby, burn. Ich bin auch im Shop, Leute. Ich auch. Kalle ist sehr, ist solo, gell? Alles schlechter. Ey, Leute. Tschüss, Kalle. Kalle, mach mal. Mach mal, Kalle. Ey, nee. Viel Glück. Wir kaufen, wir kaufen den Dings. Tschüss. Eigentlich kriegst du Schubsen. Geil. Okay. Das ist los. Ja, okay, rein. Oh, ich kann den von hinten abschießen. So, dieser Boss ist, ähm. Kräftig. Aber wo ist der? Äh, oben. Am, äh, was heißt das? Wow. Okay. Arne, ihr burned, wirklich. Arne, ihr burned, wirklich. Holy shit. Er nimmt keinen Schaden. Hä? Der schießt viel zu hoch. Oh, da kommt er. Okay, der Charge. Wow. Oh shit, am stark. Okay, geht auf mich. Abstechen hier. Ja, mach die Ads. Mach die Ads. Der ist ja ganz schön groß, oder? Äh, ist ein fetter. Ein HP. Ja, lass dein Schild hochladen. Also, das Ironside rallig gar nicht, ne? Aber es ist geil. Der ist resistent gegen Feuer. Oh, er hängt mich ein. Ich muss hier raus. Aua. Oh, normal. Ich mach halt so viel wie Zero Charge. Ja, ja, machen wir alle. Also, ich steh hier oben. Er kann mich halt eh nicht anreifen. Oh, mein Schild ist weg. Aua. Hier kommen jetzt wieder Feuer. Oh, normal. Soll ich mal in den Nahkampf gehen? Äh, ja, du kannst. Aber ich glaube, du schläfst ganz schnell. Das ist eine Achtung. Okay, ich klebe mit meiner Ulti, die kleinen Viecher. Für Glück. So. Wo sehe ich denn, wie lange die Ulti noch geht? Ach, da. Oh, Leute. Gameplay, Alarm. Hinter mir? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin in der Scheiße. Scheiße, Armer da. Oh, nicht in die Scheiße rein. Komm up! Ich kann nicht aimen. Ich stehe hier oben. Er kann nichts gegen mich machen. Oh, schau. Kann mich jemand hochholen? Ja, wo ist das? Ich versuchte, dich zu holen, aber sie haben mich. Shit. Gott Gott. Shit. Alter. Ja, ich lebe. Ich versuchte, dich zu holen. Woo! Oh, ich habe einen anderen. Geil. No scoped. Woo! Ah, ich kann nicht... Ah! Ah! Oh Gott, ich bin zu Feuer gefahren. Du bist ein bisschen roter und runter. Was bin ich? Hunde, oder? Nee. Ist der Boss tot? Ja, der Boss tot. Ist der Boss tot? Ja, ich habe den Boss getötet. Ja, ja. Ey, was? Wie das denn? Ich stand die ganze Zeit da oben, wo der Chop ist, und habe von oben runtergeschossen. Er hat sich halt nicht bewegt. Geil. Lol. Du hast gesagt, wir sterben. Du kannst einen Guide hochladen, Christo. Oh, Gott. Wer hat gesagt, wir sterben? Obwohl, Max war ja down. Ja, ich war aber nur down. Ja, aber wir sind da. Das ist ein Count. Warum stehen hier alle? Ich krieg die ganze Zeit schaden. Warum? Vielleicht geht hier wieder so. Ich glaube, ich bin verbuggt. Bei mir wackelt die ganze Zeit die Lebensanzeige. Ich bring mich mal um. So, hol mich mal hoch. Du brennst. Okay, so who wants the weapon from the Boss? Who wants the weapon from the Boss? Äh, hey. Hier, have fun. Oh, nochmal belohnt. Hier ist wahrscheinlich, oder? Nö, ich hab die. Kauft mir einfach einen von meinem Money. Also ich brauche es. Ja. Er kauft dir mal. Wie viel Geld habt ihr so? Viel. Die haben alle gleich viel, oder? 245. Okay, aber nicht. 1057. Was? Ich hab nur 600 irgendwas. Hey, du hast ja grad was gekauft, oder? Nee, hab ich nicht. Das würde mal geschert, oder? Keine Ahnung. Boah, ich würde mir gleich mal ein Rösserchen holen. Auch irgendwann eine krasse Pistole. Lass uns seger setzen. Herungenschaft daran Töter. Alter, wie. Reise abgebrochen. Splatterman ist im Menü. Ja. Sorry, Mann. Wollen wir jetzt hier hin? Reisen? Alles. Splatter. Schuld. Ist es automatisch, wohin man jetzt reist? In the beginning, ja. We can pick where we want to go on the... Normal, wenn man los ist. Okay. Wie bitte? Sorry. We can pick where we want to go on the fast travel points. But these are just like story advanced. Okay. Let's see. Alter. Oh, da kommt was. Alter, die Springer. Neue Waffe knallt. Okay, die sind jetzt ein bisschen einfacher mit der neuen Waffe. Neue Waffe jetzt mal. Ey, ohne Witz. Die labern echt viel. Ja, das ist aber auch... Also... Aber meinte auch schon einer... I can summarize the story for you guys later. Ja, einer meinte auch im Chat, dass das nur am Anfang so ist. Dass später entspannter ist. Alter. Was sind die denn hier? Oh, ich habe hier Mori's, ey. Zack. Au. Also neue Waffe ist sehr entspannt, muss ich schon sagen. Aber jetzt habe ich keine Muni mehr. Kann man Muni auch aufteilen und so? Ich bin level up. Kann man kaufen Muni die Stationen hier? Warte mal, sehe ich irgendwo, ob ich noch einen Skillpunkt habe? Ja, unten links, wenn da eine Zahl über deine Ulti ist. Ah, okay. Dann muss ich das mal machen reden. Kann kaufen Ammo hier. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig. Alter, das gelaber. Wenn du mir dann bestand. Vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig. Was ist das? Ja, super. Dann diesen Weg, Leute. Ja, gut, dann nicht, Alter. Ja, der Kleine macht die Muppe, ne? Amst du da? Leider, Festgang. Hängen geblieben. Ich will hören. Alter. Uuh. Blöder Psycho. Guck mal her, Dicki. Alter, das ist ein Normale. Du A. Du A, Alter? Ich habe dich herausgefordert. Die können da durchballern. I like that you duel in the middle of the fucking fight. And Kalle kills Max. Ach so, lol. Hab ich ja nicht mitbekommen. Fuck. Bitch. Er ist meine Brüder, ey. Er ist meine Gang. Geil, ich bin tot. Aber es ist normal, als Psycho, passiert das öfter. Ich flanke die, ich flanke die. Das war nicht Garbage. Oh, er will mich flanken. Oh, ist das geil, du war ja gar schön. Okay, das ist nicht gut. Wie bitte? Wie bitte? Ja. Voll ins Knie. Ich glaube, ich gehe halt voll auf mein Geschütz einfach. Jo, den habe ich in Borderlands 1, glaube ich, gespielt. Gibt es da nicht auch einen Typ mit Geschütz? Ich glaube, den habe ich da gespielt. So. Magst du mir jetzt einfach das Geschützte? Dann ist es gut. So. Loot, boys. Oder na, das ist ja. Ja, Loot. Jetzt sollen wir Sachen machen. Loot. Komm. Wir haben ein bisschen Loot her für euch. Mann, gibt es doch geile Waffen im Spiel? Das ist ja legit nur Pistolen erstmal. So, warte mal. Es gibt noch Waffen, die mit dir reden und sowas? Äh, nicht neben der zweite. Das ist neu im dritten Spiel. Nee, im ersten soll es das geben. Äh, im zweiten meine ich. Mein Bruder hat das ja gespielt. Der meinte, der hat eine Waffe gefunden, mit dem mit einem redet. Alter. Läuft. Really? Mhm. What's love got to do with it? Let's catch a ride. Let's catch a ride, Alter. Wo müssen wir hin? Wo sehen wir es noch auf der Karte? Besorgt ihr Fahrzeug. Ich glaube, wir müssen es kaufen. Hier. Genau. Alter, können wir gleich Auto fahren? Yo, wer fährt? Kalle, oder? Bad ist born, okay. Yo. Alter. Gar, ich bin am Geschütz. Nee, ich fahre. Oh, das ist nicht gut. So, ich bin am Geschütz. Los. Wir können auch tauschen. Ey, können nicht rein? Okay, wir fahren vor. Wir können auch tauschen, dann. Geil. Wenn du uns geschützt willst. Wenn du das spartest. Alter, wie er aufschaut. Papa, 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 Papa. Oha. Ich glaube, der muss dann links. Ich weiß. Wart mal, fahr ich oder fährst du? Alter. Alter, gibt's nen Boost? Ah, okay, man schießt alle. Sie hocken da oben. Bam. Oh, oh mein Gott. Schießt sie ab. Oh, Alter. der lebt noch der lebt dem weg jetzt hier so nächster geil so ja fahrt ihr mal vor hier der jetzt war hier lassen sich die scheiße übrig es ist absicht dass er aber durch fahrt hallo wirst du ganz spiel unterliegen bleibt voll viele leute schön level ich habe mich scheppert mal versucht hier irgendwie weg zu schneiden wird ein bisschen schwindelig hier wenn du die ganze Zeit im Kreis wärst ey es ist laut unsere auto ist gleich kaputt ich fahr mal weiter wir brennen unnormal so das auto regeneriert abfahrt du kannst sie auch boosten wenn du schiffst nicht hier sind überall gegner bamm roadkill hier die 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 ficher in der luft ich kann ausschießen ich kann ausschießen ok sei es ist bewusst wann du fährst du schnell oh alter flieger stuka das ist mit ihm irgendwer kotzt hier wer ist denn ey kann er wochen post rack 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 geht gut ab so ok rück mal f 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 r aber er will ich nicht macht ja gar kein schaden ok dann so der kriegt gar kein schaden ich muss weg ich bin schon schaden richtig wenig ja ich habe keine arbeit versicherungstrüger ah hier hin boin oh junge es gibt doch kein feuer ich kämpfe gegen drachen alter game of thrones alter christian wo bist du oh gott knall die olga geil ist ne wache oh nochmal oh hier ist ne übergegner nicht gut oh ich bin down oh also man kann ja echt nicht so yolo machen ey wird man direkt weg gemacht kann ich mehr hochhören äh hä wie hast du das gemacht keine ahnung wieso bist du eigentlich ausgestiegen i don't know warum steht der fossil hier nur rum was müssen wir machen wir müssen hier durch ich komme eigentlich unendlich gegner wenn man will muss man ja nicht irgendwas drücken ok so wir müssen wieder zurück in die Fahrzeuge gehen und wir müssen weiter folgen also meine Auto ist kaputt hin auf die nacht hin auf die nacht hin auf die nacht schuss aber ich bin halt hässlich wie die nacht ne tschüss tschüss das ist doch so ne anlage muss man eigentlich e drücken was wir müssen das tor geschlossen halten bis du mit dem hast du wir müssen energiekern holen so ja genau so ja sag das doch ich hab ja euch boost 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 truppa am nacko johne den ausgestiegen bruder oder wenn man im drück hat man ne ich hab mich ja hier lang wir fahren jetzt hier lang ich habe keine ahnung wo ich bin wir sind gleich da und wer hat hier nachgeladen aber ich habe gehört wo er hier so wo ist der krasse kern alle we just wait for them to talk with that guy and then we go this way rice lecker ich habe zwei wo der mensch ja wir haben noch ein auto halt da mein typ hat richtig hass muss man sagen ich über richtig brand aller kann ich hier durch schlossen schlitten hier weiter geht ich will nicht leben recall wie bei dsds angreifer es einmal im auto was ist eine schotte oder doch so schlotti oh mein gott da kommen hacke bei oh mein gott nein wollte ich töten damit ich wiederbelebt werde leute alles steht bei euch ja ja nö afrostl macht ein ding aller wir kämpfen hier gegen moria oder mordor ich bin da und weiß ich glaube der macht die quest auf was wir kennenlernen zu spielen warten für euch aber wir wissen auch gar nicht wo wir hin müssen wir haben das noch nie gespielt ok aber guck am kater ja da sind da sind drei pfeile das seid ihr und dann einfach nicht so man gehen zu den dingen das ist nicht der spieler spieler die was heißt das square das karo ja ich bin einfach übel der affe ich kalle witzig einsteigen ok ich dachte wir fangen so ein spot ja 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 ich muss jetzt mal ja fast warum schießt du noch nicht so können wir da nicht mit dem auto lang das ding ist hier sieht alles gleich aus aller oder fliegt wieder ein stein die mögen echt nicht die kräftige die sind wie kräftige der rieger ist wirklich müll ja aber ja die 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 dann zählst du Recoil. Ach, Recoil, ja, ja. Wegen Coilen, ne? Ach, Recoil. Ich bin fatten. Ja, was los? Probierst du diese Waffe? Nein, ich will die nicht ausprobieren. Hä? Was ist das für eine Granat? Oh, Alter. Ja, das war ein Granat. Das war Silvester, Alter. Alter, meine Granaten rate ich gar nicht. Ja, kannst du mich hochholen? Splatterman. Hey. Jemand mag mich trotz allem? Ey, diese Fledermäuse gehen mir ein bisschen auf den Piss, Alter. Oh Gott, Alter, warum nehm ich denn an? Ey, ich hab ja gar nichts getan. Ja, die sind fickrig. So, was soll man hier machen? Reden wieder mit einem. Ja, ey, der muss erst mal reden. Ah, da kommen wieder Haufen Fledermäuse. Haufen Fledermäuse. Alter. Okay. Wer redet da? Ich hab keine Ahnung. Ah, er hier. Der tote Junge am Boden. Der tote Junge am Boden. Reis ist tot. Blut für euch. Nein, Reis. Womit mach ich denn mein Sushi? Wollen wir den Energien haben? Wie wir drei... Das ist alles so komplett scheiße am Laufen. Ey! Wir kommen aber nicht hoch, Mann. Hallo, du scheiß Ninja Looter. Wollt man nur... Oder war ich das? Oder hab ich die Waffe genommen? Wollt du das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist? Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Perfekt. Super. Cool. Tschüss. Okay, das Ding mit dem grünen Ding auf deiner Minikarte, ja? Das Ding mit dem grünen Ding auf... Ja. Erfostel ist schon wieder... Wo ist Erfostel? Der rennt halt schon wieder vor. Der macht das wie in den anderen Spielen auch. Er rennt immer vor und tödelt alles. Er will nicht, dass wir Spaß haben. Hey! What? I run there and I kill you guys. Communication, Alter! So. Da, 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 da. Wenn keinen Leute hören, was ich sage, dann kann ich nicht kommunicaten. Das Ding ist, wir... Wir gucken, oh, neue Waffe, cool. Und in der Zeit sagst du so. Und wir so, hä? Hä? So, hier sind Gegner, bin ich mir sicher. Ja, ich schmeiß dir mal was rein. Ich krieg dir auch, ey. Ich hab keine Granaten mehr. Moinsinn! Hier kommt mein Turm. Die Waffe ist richtig gut. Müll. Okay, ich nehm mal jetzt Ult. Fick es! Ja, ich krieg noch hier auf Inferno. Hm. Boah, Alter! Okay, da maschierst du echt durch. Das ist das richtige Ding, Ult. Uh! Alter! roland danke jetzt sind wir schon fertig roland oder hier hängen fische also ihr seid alle oben während kalle ja alleine feiert die waffe ist auch richtig ich bin auch tot ich werde wiederbelebt der widerstand hat heute guten mann verlor ich brauche eine gute waffe ja wir sind ja noch gegner diesen oben das klingt so als ob das neben einem wer sind hier noch mehr aller stick together alles dahinter wo ok okay sind falsch ich bin fast tot also es ist schon anspruchsvoll also jetzt nicht nur dass man einfach durchmarschieren kann trotzdem ich auch nebenbei so ein bisschen er ist in seinem laden ich glaube wir müssen noch mal mit dem was war das denn also am fleißigsten ist echt christus roboter er geht hier durch und slept die bitches wer versteht was meine roboter ja post ist roboter sag ich ja ein geiler toll und das für geräusche ja die geräusche verwirren mich auch übertrieben muss ich sagen so warte mal hier oben bei mir sind ein paar gute waffen leute bei mir haut die ganze zeit jemand auf metall ja bei mir auch ok jetzt ist alles tot lasst los bei Kalle alter halt's maul das war ohne witz alles tot ich geh jetzt hier nochmal hoch einfach fürs feeling und nochmal hier habt ihr gekämpft cool und dann habt ihr bestimmt hier ein bisschen feng 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 ja aber gute items rechts von dir oben rechts echt? ja ja eine Pistole ist ja noch die gut? ja man muss ja gucken stehen ja mal Pfeile dran wenn die besser sind ja die sieht aber auch richtig fancy aus du kannst meine Pistole haben wenn man will das ist eine wirklich gute Pistole ist das? ist das die mit dem recoil? ne 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 diese hier ist ein anderer ich hab ähm diesen gefunden von äh die Kiste oben alter für Level 11 hab ich ne Granade gefunden sind hier irgendwo wieder Automaten oder so? ja ja ich muss aufs Dach verkaufen die markiert auf der Karte das wär eigentlich noch gar nichts verkaufen wir müssen jetzt erstmal zurück oder? müssen wir jetzt zurück am Postel? äh ja nehmen wir diese Waffe dann geschlossen zurück gehen Marsch oh geil jetzt haben wir's geil jetzt haben wir's alter alle hier geräusche machen mh ah mh ah mh ja okay so wer nicht eine gute Weapon hat? ja ich glaube ich hab keine ich glaube ich hab ne gute 32 Schaden mal 3 okay dann Keller du kannst diesen haben so wir müssen zu unserem Alter ist ein Kaktus oh lol der tötet mich nein ist sogar besser ey Kalle komm mal her well you say that but it has 70 bullets Kalle komm mal her nee ich hab das eben schon miterlebt hau mal den Kaktus an Alter wird fast gestorben usел Weil loro rum Kleinen irgendwie rumschreien super toller Kaktus Amener so ab ins Auto Jungs Ey, die haben jetzt schon lange ihren Mund gehalten. Ja. Ja, die haben jetzt echt ein bisschen weniger geredet. Gibt wohl nicht mehr so spannende Sachen zu erzählen. So, Abfahrt. Christoph. Christoph ist da hinten. Okay, Abfahrt, Kalle. Aui. Oh, das ist der Kaktus. Hä, aber da stand doch gerade nur ein Auto. Warum haben wir jetzt hier zwei? Da müssen wir hier rein. Ich glaube, wir müssen mal nicht rein. Bruder. Escape. Jetzt rührt er wieder. So, Hot Wheels. Geh nach Sanctuary. Danke, Handsome Jack. Fucking Handsome Jack. Nein, 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 nein. Ein bisschen abschneiden. Ich will nicht reisen. Ich wollte erst mal Sachen verkaufen und so. Du musst aber. Wer hat das gedrückt? Ja, wer wohl? There's gonna be stuff here, don't worry. You can sell stuff here. Okay. Oh. Ah, hier, Lieutenant Luis, Allah. Den habe ich gesucht. Alter. So, der hat jetzt den Energiekern bekommen. Ich habe es aufgegeben, der Story zu folgen. Was wäre es denn getrunken? Was wäre es denn getrunken? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Allah gibt's laut, Allah. Schutzschild, Allah. Und, äh, we'll get people. Nice. Level 8. Allah, geil, ich kann für ein Level. Wow, ich kriege Waffen, die scheiße sind. Ich kriege einen Jacob. 25 mal 7, ist das krass. Habe ich das jetzt schon bekommen? Oder ist das jetzt die Quest? Ja, gut. Ne, ich habe es bekommen, okay. So, was will ich denn mal? Wenn mir jemand im Chat helfen kann, was ich skillen soll mit der Klasse hier, wäre ich unnormal dankbar. Ich gehe halt voll auf meinen Turm, ey. Ich auf Nahkampf. Er wird massiv den Nahkampfschaden gegen keine... Tritt den Rechter am Tor. Das können die dann so finishen, oder? Das ist mir eine Ehre. Ehre. Alter, ich habe noch eine... Ja, ich treff ihn doch. Ihr müsst auch kommen. Will jemand von euch eine Waffe haben? Hier, ich habe eine ganz gute Waffe. Na, meine. Warte. Wie schmeiße ich die raus? So, ne? So, ne, warte. Ich habe auch noch eine gute. Wenn du Q klickst und wenn du sie klickst, dann ist das alles. Du bist rausgeworfen. Oh, das ist echt nicht scheiße. Hier, ich habe auch noch eine richtig gute. Oh, wow, ich möchte eigentlich diese. Ja, ich habe nämlich eine zweite. Ja, hier. Die Waffe ist krass. Nee, jetzt noch nicht, oder? Doch. Das ist die beste Waffe. Beste. Kalle, nimm die. Nein. Alter, das ist eine richtig fette... Alter, was hast du an der Waffenrunde dran? Wen willst du... Welches Kotelett willst du damit schneiden, Alter? Oh, stimmt. Das ist echt schon das... Äh, wie ist das ein Messer? Jo. Oh, das ist Sanctuary, Alter. Wo kann ich hier einen verkaufen, Alter? Oh, Katzin. Hoffentlich irgendetwas nicht. Oh, kacke. Alter, dusch dich mal. Das ist der Chromosome-Guy. Und presst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Leben kriegst du mich nicht, du Roboter-Kack-Bass. The fuck? Alter, was passiert hier? Die Charaktere sind so chaotisch. Alter, das ist H.P. Baxter. Guter. Echt? Wo ist Scooter? Da oben rechts, bei mir redet der die ganze Zeit. Wir haben uns jetzt alle verteilt, ne? Ich bin bei dem Typen, wo gerade die Sequenz lief. Ja, da geht's auch. Oh, hier ist eine Waschmaschine, da ist Loot drin. Oh, nochmal. So, zack. Ich will unbedingt mein Stuff. Ich will mich entmüllen. Bitte. Du hast Schrauben mitgewaschen. Das sind ganz viele Schränke. Ja. Die Pferde und Lachs. Geld. 34 Dollar? Oh, zwei. Ehre. Ehre, Bruder. Ehre. Hier ist ein Automat. Ich rieche es. Machst du dich bei dem? Du Abfall, ich lass dich liegen. Raus. Junge, laber mich nicht von der Seite an. Haltet doch mal die Fresse! Können alle nur sabbeln und... Oh. Hey. Ich hoffe, jetzt was zu trinken. Ich hab kein Wort mehr. Was passiert hier, alter Typ? Ey, die Cutscenen sind halt... Aber kann man nix sagen. Oh, ein besseres Schild. 400 Tacken. 400 Tacken. Boah, da bin ich geizig. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier in... Ich hab sechs epische Dollar gefunden. Arminer. Gehen wir ins Stoffzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Trimdagszünder an. Nein, machen wir nicht. Du brauchst noch eine dritte, weshalb ich dir das Ritrock gegeben hab. Oh, nein, nicht er. Aber sei vorsichtig. Erl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Was? Mit einer Gabel. Banditen. Was? Was, der Typ? Alter. Mit einer Gabel. Ich hab mir auch eben ne Wasser trinken. Bis gleich. Jetzt stöhnt hier wer... Ey. Wer hat jetzt hier gestöhnt? Affostel stöhnt. Alter, ich... So. Ah. Es redet mal keiner. Geil. So, wie läuft denn das eigentlich mit den Sachen verkaufen? Ich kam mit einem Minigame. Ich bin nur auf die Leute und versuche, auf ihren Händen so lange wie möglich zu bleiben. Nein, doch mal die Fresse. Also das ist jetzt so... Die Mainbase, hab ich verstanden. Hier kann man ganz viel Sachen machen. Ja. Du kannst gambeln, du kannst Stripper, du kannst... So, ich nehm ne Quest an. Ja, Roland. So, dann nehm ich noch ne Quest an. Ah, er hier. Ja, ja, komm. So. Hab ich die Quest auch? Das heißt, jetzt sind... Ab jetzt beginnt das Game quasi. Oder? Ab jetzt geht's los. Ja, okay. Geht wieder los. Also... Ja. Okay, ich nehm mal ein paar Quests an. Ja. Klingen wir die automatisch auch? Oder? Ich glaub ja, oder? Kaschier allein. Loll! Wieso? Geht doch. No refunds. No refunds. Okay, ja, bei dem bin ich jetzt. Hallo, ich hätt' gerne eine Waffe. Ja, aber ich hab' ich mir auch noch einbekommen. Max, gib ihm die Waffe, bitte nicht wieder zurück. Hey, Kamerjäger! Hey, du schweißt, du bist auf euch. Oh, hm, hm, hm. Solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen, findest du nicht? Was denn? Boah, ich kann meinen Kopf ändern. Ich kann mich wieder human machen, Alter. Verursacht extra Explosivschaden. Die Zeit läuft ab. Hör mal auf zu labern! Versuchen wir's erst mal mit der Feuerwaffe, ha? So, basically, he wants us to go here and try out each of the, uh, Elementarwaffen. Ja, wo sind die? Uh, in your inventory. Oh, cool, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt im Tigerenten-Club. Oh, cool, man kann seine Skillpunkte auch zurücksetzen. Ja, ja, das ist ganz nice. Das hab ich sogar eben mitbekommen. Ja, Schockwaffe. Ist es die, oder? Boah, Alter! Oh, die knallt! Ja, welche Waffe denn ist, macht die hier Schockschaden? Tatsache. Hoch effektiv gegen Schilde. Oh, lol, Alter, die Sniper liegt ja nicht mehr. Ich auch. Der Guide-Size hält ein bisschen aus, Alter. Hä, das ist doch die. Ach, die? Hä, was ist das denn? I see. Hä, ich hab doch eben ne Waffe gekauft. Super, ja. Was machst du jetzt? Gift, ja, auch gut. Gut. Ja. Ja, ich bekomme. Mach das jetzt nur ich, oder? Mach die das separat, oder? Mach das nicht. Ihhh. Also jede Waffe gibt's im Shop nur einmal, oder was? Nee, er erklärt gerade die Elemente. Ach, okay. Okay, gut. Ich kann nicht die Sachen sogar zurückkaufen. Okay. Oh, diese Waffe macht viel Schaden. Nichts zu erledigen. Da kann man bringen. Was los? Ja, oder? Okay. Äh, ja, hier. Ja. Also halb. Splatter. Was, 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 was? Also halb kannst du ja Muni kaufen, ne? Also hier. Also halb. Äh, ja, hier. High Quality. Hallo. Feuer jetzt so schnell, wie du abdrücken kannst. Ja. Ne Granate. Oh, Alter, ihr kauft ja echt schnell alles weg. Hier kannst du HP kaufen, Splatter. Ja, ich glaub, ich bin erstmal fein. Ja, aber Splatter hat keinen HP. Achso. Splatter. Splatter. Fuck, du Zell. Okay. Alter, Sparex, ey. Sparex? Alter, ihr zählt Gully? Das ist jetzt der Lauf. Alter. Ey, was ist das für ein dicker Kopf? Das ist jetzt der Lauf. Weil einem beim Anfassen sind wir zwei Finger weggefolgt. Oh, Mann. Geil. Cash ist was für Clouds. Okay, Sword Rifle, wat? Basically, he allows you to, äh, äh, Ah, für die lila ne Währung. Ja. Krass, geil. Okay. Was lohnt sich da wirklich? Geiler Typ. Ja, süß. Kannst ja durchlesen. Ich hab jetzt, ich hab mehr Muni für, für Sturmgewehr. Okay, also es ist gerade so die Phase, alle Verkäufer werden einem vorgestellt. Und so, alles einmal machen. Ja. Wie ist es guter bei Plan B? Okay. Wie passiert jetzt die Sache, Alter? Oh, das ist jetzt passiert. Jetzt ist es passiert, wir warten. Oh, nicht. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Roland's Haus. Rifle-Armonition. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Wir machen mal. Ich bin bei Kalle. Ja, also ich warte jetzt eigentlich, bis einer von euch einen Call macht, dass wir jetzt irgendwas machen. Ja, ich werfe hier so ein Ding hin. Ich hoffe, er tötet jetzt alles, die wir nicht gut. Also ich folge gerade der Quest die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das... Okay. Right now we gotta talk to this guy. Or take it to the thing. Hammer Jäger, was geht's? Mhm. 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 Ja. Ja. Ah, Roland ist missing, ja? Oh, leu. Lila ne... Dings, bums. Mach mal auf, die da. Geh nicht. Alter. Das ist ja dicke Kiste. Hätt ich schon Bock drauf. Alles, was du willst, darin aufzubeten. Es ist jetzt dein Zuhör. Hääähä. Danke, Mann. Was ist das hier für ein Waschsterlohn? Wir machen WG, oder? Wir machen WG. Ich drück einfach alles durch. Alter, jetzt hab ich wieder richtig viele Quests. Aber wir sind safe entdeckt, okay. Wo ist denn der? Roland's safe. Wo ist denn der? Oh, we've already done that one. Don't worry. Epische Dollars. Okay. Ich, ich, also... Ja, ja. Alter, die reden alle durch den Wind hier! Oh, ja. Wir müssen jetzt machen, Leute. Oh, geil. Das ist ja, wie du es tun hast, btw. Du, 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 du hast deine Axt und du es in ihre Gesichter. Ja, perfekt. Alter, überall Blut. Guckt euch mal den Raum an. Alter, Fossil, deine Truller stöhnt ohne Ende. Oh, oh, oh. Ich höre nicht, dass ich meinen eigenen Charakter keinen Geräusch machen kann. Wirklich? Es ist der ganze Tempel. Oh, 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 oh. Ich will auch, ich will wieder töten, aber ein wenig. Ja, das ist jetzt wie in einem MMORPG, alles hier abklappern. So, das ist der nächste. Jetzt, wo Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammerbank öffnen? Ja. Außer dem brauche ich einen neuen Ventilator. Ich auch. Alter, Foss. Ja. Insane. Smart. Super. Top. Okay. So, we got a stupid quest from Clubtrap now. Oh, nein, ich klebt Rap. Oh, Mann. Oh, was die Bomben? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. But we missed the entire quest now, because someone else was talking. Egal. Yeah. Basically, he tells us to do a lot of things that are impossible and then, oh, wait, you found my stash. You completed the quest. Okay, cool. Gut. Time is not there. Uh, no. So the stash is... Well, you can store... Du kannst alles in ihr holen, und du kannst es auf jeden Charakter nehmen, also, ich habe Rocket Launchers und was in da, aber ich werde nicht sie holen, aber ich werde sie nicht holen. Du musst da hin und rausfinden, was für eine Waffe die Verursacht hat. Sie gehört einem alten Rekhalen von mir. Okay, 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 ich komme. Okay, auf zum Ausgang. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Okay, ich bin gespannt auf die neue Waffe, die ich habe. Ich habe auf deinen Stream geklickt, weil du 69 Zuschauer hast, ist geil. Das ist mein Motto. Ja, aber dann hast du ja nur noch 70. Also, beziehungsweise, dann hast du ja 70. Scheiße. Die Reise beginnt in... ne, doch nicht. Oh, ich wollte gerade noch mein Menü öffnen. Da-da-da! Gibt es doch ein Fahrzeug für vier Leute? Oh, jetzt sind wir wieder hier. I see. Later, I think. Yes. Later! Right, now we gotta run with Tune. Ui! Alter! Hi Kalle! Was machst du? Kalle fährt mit vorne! Wir brauchen keinen neuen Vehikel! Was? Ja, das ist geil! Was? Da freu ich mich! Ihr fahrt zu dritt? Ja, so zu sagen! Kalle wird vor unser Auto hergeschoben! Alter, was? Ich denke, das funktioniert. 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 Ich denke, das ist zu viert. Die Ams sind oben, Alter. Okay, das machen wir mal wieder. Hey, Max. Geht raus aus dem Auto und komm her. Der Meiner hat Raketenwerfer. Ja, ja, komm her. Super. Der geht ja doch zu viert. Nice wallhack, Alter. What the fuck? Sind wir schon da? Ah, we're just breaking up some quests. Alter, der ist hier im Arsch. Kann ich hier draus? Oh, hoppala. Kürz. Aufgezeichnete Nachricht endet. Da kommen ein paar Viecher. Uff. Alter, der hat mich nicht hochgebellert. Oh, ui. Jaaaa! Das wird ein Jaaaa! 123 123 Der Grüne hat richtig aus, Alter. Ist ja legendär, Alter? Alter, erst mal mein Dingchenchill. Der Grün ist ein bisschen krass. Warte mal. Boah der hat mich voll gespuckt. Ich bin fast down und bin out. Get you right. I got you, babe. I got... Ähm, ja, ich bin wahrscheinlich jetzt dead? Krass das. Also ich hab ihm richtig hart cathenter, neue stärke der klackt keine viecher aus ich treffe den nicht der ist zu klein ja das ist dein problem das ist ein boss okay hat er mich weggekotzt haben okay das auto war hier boss ist dem gerade kill ja aber den können mich mal hoch ja stimmt wo mich mal hoch geil alle daumen der kalibre sind alle da und steht links oben weißt du was mag ich bin jetzt drin so what way do you guys wanna play do you want to go for only the main mission or do you want to do all this side missions das mal alle töten das mal mütter so everything yeah okay let me start with this wow man der spitze dieser hat es sind einfach stärker als normale gegner keine die stärker Hä? Diese Leute, wo haben die sich jetzt her teleportiert? Die kamen aus dem Gebäude. Ich bin tot, Leute. Ja. Was ist denn? Oh, ich bin... Oh, komm. Ich wollte mich nicht töten. Na gut, ich bin jetzt dann down. Nee, Kalle, mach mal nicht diese. Komm, die, diese, komm. Ich wurde gewonnen, dingst. Alter. Boah, krasse Zeitreise. Nee, jetzt bin ich hier wieder im Schnee? Hä? Ich bin mit dir, Kalle, nicht worry. Warum war das... Jo, Chris, du brauchst nicht, ne? Ach so! Alter, das war gerade eine Mikrosekunde. Oh, jetzt bin ich down. Alter, ich hab mich fast gewonnen, Schaden. Du hast dich jetzt überwingen, das dachte ich, ah, ist alles gut. Ich hab das. Leute, wo sind die alle? Äh, wir sterben, so wir... Okay. Max, ich muss einen von denen töten, oder? Ich weiß. Ja, ja, ja. Ich klatsche gerade alles weg. Ich denke, ich werde dich töten. Oh, nein, ich kann nicht. Diese Dinge werden mich töten. Ah, er trifft gut. Oh Gott! Oh Gott! Wo ist das Auto? Leute, ich bin bei euch, glaube ich. Ja. Ja, ich bin jetzt allein gegen die... LOL! Wo ist das Auto? Oh, jetzt aber. Oh wow. Leute, ihr sterbt da hin? Ja, aber da ist, da ist ein Big Boss hier. Ja, ich nicht. Okay. Oh, er rennt zurück. Uff. Überall Soundeffekte. Du hast das Getriebe, was? Mann, diese Getriebe sind hier der Züge. So Leute. Ich bin tief vollgekotzt. Ansonsten Max fahren, oder? Alter, der wirft die Angst. Leute, ja! Zwei Leben. Max, ich komme. Uff. Oh Gott. Danke, Splatterman. Und rein. Warte, bleib mal stehen. Alter. Alter. Wie kriegst du da, geht's? Was ist hier los, ey? Das ist auch ein Boss, oder? Ja. Er ist doch ein Champion. Oh Gott, geht auch nicht zu mir ab, Bruder. Ah, jetzt in die Granate. Ich laufe mal Weg. Weg. Let's grab some new vehicles. Boah, ich muss erst mal runterkommen. Was war das denn gerade, ey? Oh, ein Turm. Alle sterben. Richtige Fickung. Ich bin nicht geschlafen. Oh, es ist unbordet, wir können es nicht benutzen. Ich brauche Heilung, Alter. Oh, krass, irgendwie lilaner Scheiß. Oh, krass, irgendwie lilaner Scheiß. Oh Mann, Alter. Alter. Geil. Apostel stirbt. Ohne Power. Ja. Jesus Christ, das ist an der Wien. Schon wieder tot. Krass. Apostel hat sich selber wieder hochgemacht. Ja, aber immer wenn sein Dude da wen killt, dann wird er wiederbelebt. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, stimmt. So, ich bin jetzt gleich ganz oben. So, wir müssen uns zur letzten Pump, wie dieser hier, und wir müssen ein Ding von ihm holen. Max, ist hier oben irgendwas? Nee, ne? Ja, doch. Du musst die Pumpe drücken. Hast du es gemacht? Äh, nur eine Person muss das tun. Das ist gut. Danke, Apostel. Apostel, rennt halt schon wieder vor. Max, laufe ich weg. Warten. Okay, danke. Warten. Oh, vorbei. Komplett daneben. Schüsse weg. Alter, so ein Swaggweb. Gabi, weibidi. Gib mir die. Gap, papp, papp. Padda, pum, pum, papp. Ja. Oh Gott. Holy Shisha. Holy Shisha. Tschüss. Aber das habe ich den Borderlands 1 auch immer gemacht. Immer die Viecher überfahren. Das war geil. Das war geil, oder? Nichtes Level. Ja, ich auch. Geil, du, ey. Bam. Splatterman, komm her. Übertrieben geil hier. Ja? Der Scheiß ist weiß. Level, oder finde ich einfach eine bessere Waffe. Ja. Kopfi, die machen wir hier weg. Wo kann ich sagen, wird wahrscheinlich erhöht werden pro Level. Ich habe gar keinen Scope, aber ich mache die echt, ich rotte die komplett aus, gerade. Spuckers Gag. Alter. Moin. Das macht noch viel mehr Sinn, das mit dem Auto zu machen, weil dadurch Munitionsspaß, oder? Ja. Alter, mach ich den weg. Alter, den Alphask. Den habe ich komplett hops genommen. Alter. Tot. Ich habe mich immer angewunden. Von der Seite. Okay, ey, ey, ey. Oh, das macht einer. Ja, dann kommt so ein Max und rümmt einen wieder um. Dann labert wieder irgendein Claptrap oben in der Ecke. Bruder. Das hört halt nicht auf. Danke, der Knabber. Boah, Alter. Warum, wie ich die weggemacht habe, ne? Ich habe mich ja eigentlich richtig rübergeheizt. Ja, geil. Ab ins Wasser. Besser. Ah, hier ist noch einer. Lässt du mich hier stehen? Nee, kannst mitfahren. Oh, shit. Jesus Christ. Hilfe. Alter, es kommt so. Ich brauche Hilfe. Ja, da. Wer hat denn dich da hingefahren? I don't know. Someone drove over me with a car. Du kriegst so viel Spaß. Du loser. Fossil hat schon zehnmal durchgespielt und wir spielen zum ersten Mal. What? Alter, was ist das, Alter? Den habe ich weggemacht, Alter. Der hat überhaupt keinen Spaß in seinem Leben. Okay, Leute. This thing has so much life. Das ist bullion, Leute. Das ist straight up bullion. Und den rückwärts mitgenommen. Und du bleibst zu Hause. Lebt der noch? Über den sind sie fast unschaffbar. Krass. Der lebt noch. Der lebt noch. Ja. Der lebt ja immer noch. Ich stehe jetzt mal runter hier. Ich stehe jetzt hier und melde mich, bis es klappt. Das war mein Plan. Oh. So. Ich habe mich gerade selber geflickt. Ich helfe dir, ist gar kein Problem. Danke dir, Max. Dann mach das auch, bitte. Was? Alter, die Sprüche. Alter. Das war das kriegendste, ich liebe dich. Oh, ja, und dann explodiert es. So, alle Manufaktur in dem Spiel, die haben verschiedene Bonuste oder spezielle Dinge. Und das ist wie, wenn du das reingestellst, du die Waffe und es explodiert. So, soll ich das annehmen? Ja, ja, aktivier. Reload und kassieren. Ja, ja, mach, mach, mach. Ich habe Zeit bekommen. Oh, hier ist ein... Oh, Entschuldigung. Was ist das hier? Alter, die sind ja viel stärker, die Waffen. Welche? Kannst du da kaufen? Ja, habe ich schon reingesnackt. Ey, können wir aufteilen, bitte? Okay, so this is a... This is a timed quest. We have one minute and thirty seconds to do this quest. Let me know when you guys are ready. Machen wir das nicht jetzt, ne? Machen wir das. No, just let me know when you're ready. Äh... So viel besser sind die nicht, oder? Also, da war eine bei, das ist halt so eine Sniper gewesen, die war jetzt... Ich habe auf 118 damage. Die habe ich mir jetzt gesnackt. Okay. Aber ansonsten war da nichts. Okay. Ja, also, Leute, jetzt hier Quest auf Zeit. Seid ihr ready? Nee. Super. So, you can go over to the cars and just jump in the cars. Ja, 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 ja. Das ist passiv. Ich brauche mal live, oder? Ah, hier ist ein live. Geil. Hier gibt es Medikids und Schilder. Wir brauchen Autos, oder? Ja, eins noch beschwören. Oder herbei, es sparen. Hat eins gespawnt? Okay. So, das ist ja. Okay, let's go. Basically, I jump into this one and then... Christo, Christo, spring bei Kalle rein. Ja, warte, warte, warte. Christo, ist auf Zeit. Wir haben jetzt... Apfos, da ist einfach go gemacht. Let's go. Ey. Okay. Ja. Da reinfahren? Ja, 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 wir könnten raus. Laufen. Aber was müssen wir machen? Äh, deliver Packages. Man muss gehen zu diese Mailboxes. Hey, ich kann noch ein tiefer Schritt schicken. Stopp. Alter, was ist nicht hier los? Geht. Ich schreib mal aus, ne? Okay, ein Briefkasten habe ich. Noch ein. Oh, ne. Nimm mal. Das war der falsche Ding. Oh, das war schon wieder so ein Suizid-Attentäter. Genau der. Oh, kommt ja raus. Ich hab was. Ich hab was gemacht. Oh, Leute, hat der mich weggemacht. Oh, Alter, der Damage. Wie krass. Jetzt weiß ich, was ihr damit meint, mit dem Lacken. Ich bin durch. Scheiße. Ich bin... Ich hab mit dem letzte Paket und dann reiß dich hoch. Ah, der ist low. Okay, wir get you. Ja. Gucci. Lecker. Achtung, weg, Collip. Ich hätte mich auch Spaderman hochholen können, aber ich wollte nicht sagen. Hauptsache, wir haben die Quest. Ich glaube, es ist 12. Genau. Ich bin auch schon wieder zurück, genau an dem Punkt. Geil, ich kann jetzt hier schon abgeben. Oh Gott, der schießt auf mich. Haben wir eine Belohnung oder wollen wir schon nochmal melonen? Äh, wir kriegen Belohnung ein bisschen später. Ich wurde jetzt unnormal belohnt, ja. Oh, wir haben Skin freigeschaltet. No, same, man. Sick, Alter. Sick, Bubble, Gara. 1.100 Schaden, die Granate. Autsch. Schaden vom Level des Spiels. Alter. Ich bin down. Ja, kann man. Na gut. Ja, ich komme da jetzt nochmal hin und wir clearen das, oder? Ja, und ganz viel Loot hier auch, ist er. Ja, okay. Gut, lass, du kommst druck. Jetzt reicht's mir. Ich gehe da jetzt rein, schmeiß mein komisches Ding dahin. Okay, ich gehe hinterher. Und dann? Ach, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ich bin in Schock. Oh, ich habe mich selber umgebracht anscheinend mit einer Granate, die ich 20 Meter von mir weggebrochen habe. Okay, ich habe was vom Skin ausgezogen. Nevermind. Aua. Okay, dann nimmst du das durch. Ach nee, das hier. Ah, ich bin auch dead. Oh, lol. Ach, die anderen sterben gerade. Ja, ja, wir beeilen uns. Ist doch klar. Ist doch klar. Ne. Mates sind genockt, aber Christoph geht looten. Ich sehe das nicht, wenn Leute genockt sind. Das stimmt. Die laufen ja die ganze Zeit noch rum. Die krabbeln auf den Boden. Sei doch ehrlich, du hast keinem. Alter, wer schnauft denn hier? Ja, das stimmt auch, wieder. Alter, wer hechelt? Magst du hechelt? Ich, ja, leider ich. Leider ich. Ich komme nicht hoch. Alter, der wackelt. Unnormal, unbelohnend. Wo sind denn die Gegner? Ich schmeiß mal eine Granate. Ah. Gut. Die ist gut. Okay, die ist aber nicht für... Vorsicht. Ja, die ganze Zeit irgendwie noch stark. Ja, ja, das ist Apostel, scheiß Roboter. Und es klingt immer so, als wäre der neben einem. Ich bin nicht einfach so mit... Roboto, weißt du, Roboto. Ah, man kann nicht... Okay. Den snack ich mir jetzt sofort. Wow. Was habe ich das denn gegessen? Oh, shit. Oh, die ganzen Scheiße, ja. Shit. Ja! Easy. Ich habe dir noch geholfen, Max. Fucking Nomade. Du hast fast gestealt. Hi, Kalle. Hey, boys. So. Äh, did you get the loot? Äh, ja. Oh, Gott. Oh, Gott! Verweisung. Hä, was ist das? Alter, die Sound. Ich habe einfach alles eingekommen. Da richtig pustet, Alter. Ich gehe mal ab, Kotz. Ist das was zum Heilen? Okay, there's another loot chest over here for someone, if you want. Warum bin ich zu wenig? Boah, was ist das? I have, I have, I have okay weapons already. Er hat, er, er verstanden, dass er schon richtig viel hat. Wir sind richtig waffen, Alter. Ja, ja, precisely. Up at Kalle's place, there's weapons, and then over at my place. Shit. Up at Kalle's place, und auf dann. Da sind halt alle nicht so geil, diese Hände. Ja, aber sehen die krass aus, Kalle? Das ist halt so das Ding, ne? Kalle took everything nice. He was like, ooh. Ja, ja. Hm, genau, ich kalt Feuerrate. Nur Ladegeschwindigkeit ist besser bei der. Alter, ich habe wieder eine Waffe jetzt. Nimm mal an, zum Traden. Kann ich nicht, oder? Doch. We're back. So. Das biete ich dir. Super. Okay, nein, ich will lieber ein Duell. Auch cool. Ja, haben wir jetzt getauscht, oder nicht? Weil das nicht. Hast du auf tauschen? Ja, eigentlich schon. Du musst auf tauschen klicken, ne? So. Ach so, eins. Ja. So. Oh, drei. Drei. Eins. Geil. Rauschen. Magst du jetzt nochmal Heilung? Wollt ich euch dir eine andere Waffe geben, die ich eigentlich gar nicht geben wollte? Naja. Oh, ich kann drei Waffen nehmen? Ja, ich auch mittlerweile. Boah, das explodiert. Was ist das, Christo? Hier ist Heilung. Kann man das markieren, oder so? Ja, genau. Spiel von 2012, Alter. Kann man den pingen? Ja, leider. Okay, let's go. Let's go to the mall. So. Machen wir weiter? Wie sieht's bei euch aus? Wo müssen wir hin? Wir müssen richtig weit. Okay, ich geh zum Auto. Springt rein. Okay. So, was ist jetzt hier Faser, Alter? Ich nehm einfach immer alle... Ich spiele einfach Waffen. Ich spiele einfach Waffen. Guter Plan. Hier ist noch so ein Schrank. So, Leute, während die, äh, hier ins Auto steigen. Freundlicher Hinweis, äh, unten, unterm Stream ist ein Panel. Äh, da könnt ihr Borderlands 3 vorbestellen. Falls ihr Lust habt, äh, auf Borderlands 3. Kommt bald raus. Und es gibt auch das VIP-Programm. Wird auch verlinkt, hier immer mit dem Bot. Ähm, da könnt ihr euch für Borderlands 3 begeistern. Und tolle Punkte sammeln für tolle Belohnungen. Did it! So, let's go. Alter, Silvester. Sind jetzt alle AFK? Nö, aber ich dachte, ich fahre selber. Ja, gar nicht. Ja, lass mich rein. Ja, ein Steckhaus. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Das Spiel war nicht schnell genug. So, jetzt ganz so. So, jetzt. Ich bin ja übel zur Oga. Laminierer, Alter, danke. Komm, willst du nicht ins Auto? Er geht halt zu Fuß. Okay. Leckere, re, 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 essen. Geil. So. Hier müssen wir hin. So, was machen wir jetzt? Willst du schon mal Reisen drücken? Alles klar. Reise beginnt. Reise beginnt, ne, Jungs? Ja. Hey, ich hab recht geballert, Bruder. Bruder. Mach doch nicht diese. Ich fahr sogar noch an. So, wegrennen. Okay, ich zerstelle dein Auto. Alter. Welcher Anschlag hier. Oh, boy. Die Gegner, Alter. Nur noch 100 Meter. Ah, okay. We're doing that. Stöche. Ist ja noch gut klar. Aus. Geht wieder los. Trouble. Ach, hier. Trouble. Ich mach alles richtig. Auch in die Umgebung. Ich hab jetzt überhaupt nicht reagiert. Auf die Infusion. So. Hier müssen wir hin. Lecker. Wir sollen einen Haufen durchsuchen? Ne. Ich hab das Gefühl, dass jemand hier hier sterben wird. Perfekt. Also ich bin ausgestiegen. Jetzt bin ich in irgendeiner Schlucht drin. Ich hab auch noch nicht sterben. Ich bin alleine in dieser Schlucht drin. Ey, die werfen ja eben nur Fackeln, Alter. Alter, vorst du wurde getroffen. Die schreit als auf die... Junge. Ich lasse ihn schreien. Jo, kann mich wer hochholen? Kleiner Flicker, Alter. Kann mich wer hochholen? Ja, ich komme, Max. Ich komme. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Ja. Alter, der labert. Hat aber recht. Ja, schon doch. So. War einfach. Und langsam bin ich schon ein bisschen drin im Game. Bist du ehrlich? Ja. So, reisen, ne? Ist ja klar. Ja. Reisebeginn in 2. Schnell looten. Oh nein, scheiße. Du hast einen Skillpunkt zu verteilen. Ja, das ist kein Problem. Woran siehst du das? Update. Tab. Ach, da oben steht es ja. Über meinem Leben. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was ich für Waffen mit habe. Aber hier kann ich erstmal wieder verkaufen. Das ist geil. Oh, shit. Easy. Ja. Ja. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstattung. Ja, vielleicht. Die sollten dich zum Firehawk fühlen. Man weiß es nicht. Firehawk, oder? Ja, okay. Oder du folgst einfach den Schrein. Weg. Oh, was? Die labern alle durcheinander. Wer ist ein Arsch hergebracht haben? Handsteak, Allah. So, das Ding kaufe ich jetzt. Also, ich hole jetzt einfach Ammunition von einem. Den habe ich gefickt. Wessen Eingeweide? So, weiter geht's. Ich snipe die Leute hier schon weg, Allah. Ja, normal. Gesund. Ich brauche auch eine Sniper. Ich habe das Gefühl, Sniper ist hier mit Abstand das angenehmste in dem Game. Wobei, jetzt am Anfang vielleicht, später vielleicht nicht. Sniper's are pretty great, indeed. Pretty great, man. Weißt du, was noch great ist? Rein rennen und F drücken. V, oder? Oh, die sind... Nee, F drücken. Ich schmeiße so einen Turm dabei. Oh, shit. Jetzt habe ich F gedrückt, weil ich dumm bin. Egal, lass mich mal durch. Pyronomade, Allah. Alter. Hä, diese Granaten sind so weird. Ja, die sind alle anders. Die sind richtig special. Tschüss. Oh, lol. Haben die die... Hoppala. Okay, die Granaten, die knallen richtig. Ja. Especially if you throw them from high to low ground. Ja. Gibt halt verschiedene Granatentypen. Ist halt so... Also, das ist halt das Ding so bei dem Game, Kalle. Ist halt alles ultra-unique. So ein Snowflake-Ding. Weißt du? Weißt du, bei dem Spiel, ne? Ja. Ja. Du nimmst eine Granate und auf einmal fliegen Schweine durch die Gegend. Ah. Oh, Alter. Okay, hier ist ein... Okay. Der ist hauptsächlich. Drei Dollar. Drei Dollar. Drei Dollar. Es steckt einfach. Oh, shit. Hier muss ich weg. Ich komm jetzt von hinten auf. Äh, meine ich... Ich stelle hier auf den Platz meinen Turm und das war's. Herr Knappe. Ja. Sie ist ein junges Kopf. Shit. Jetzt haben wir einen Raging Goliath. Und wann... Wuh! Wer ist hier? Heile. Dann haben wir gegen das Curtain-Ding. Dann, ähm... Level der... Äh... EILT! Und dann gibst du... Okay, den hab ich. So, basically, wenn du ihre Hände ablust, dann starten sie ihre Freunde zu töten. Und wenn sie eine Knappe töten, dann levelen sie und dann... Shit. Du musst einen wenig töten, also bitte lass mir irgendwas zu sein. Okay, da war meine Ulti abgelaufen. Ah ja, okay. Oder irgendwer holt mich. Ich bin bei Kalle und Affasse. Get's da, ey! Das Ding da unten, wie das Goliath-Thingi. Ja. Und dann levelen sie, wenn sie ihre Team-Mate töten. Und dann bekommen wir eine bessere Lute von ihnen. LOL. Eieiei. LOL. Oh, der ist explodet. LOL. Das ist ja ultra geil. Jetzt hat er auch. Der Hand ist noch so gut, die hat alle hier oben. Der Komponor geht um. Alter, ich bin stuck hier irgendwie. Ach, na, leider. Locked behind you. Vorsicht. Oh Gott. Ja, er ist halt echt Goliath. Geil. Loot. Er ist halt in meinem Turm gespawnt. Das war nicht so gut für ihn. Komm, wir nehmen mal wieder zusammen. Alter, Flammenwerfer-Boy. Heilige Scheiße. Den kann man doch locker hinten drauf ballern. Ja, geil. Oh, da ist noch so ein Goliath. Geil. Rein, Voice. Level ab. Lass den mal leveln. Lass den mal leveln. Geh einfach weg. Ja, ja, geh einfach weg. Lass den einfach mal machen. Nein, nicht auf ihn schießen. Ich werde sehen, ob ich ihn in den anderen Seite kann. Ja, ja, ja. So, wie sind wir nicht töten? Oh, wow. Den ohne Kopf. Ah, jetzt hat der Roboter ihn gekillt. Really? Oh. Ja. Da ist ein großer, der wirklich großer. Alter, der hat mich einfach one-shottet. Alter, Bruder. Okay, keine Ahnung, was hier passiert. Oh, look at this. This is what happens when you level them up, I guess. He picks up a chest on his back and he... Ja, hier. Geh dann. Oh. Holy shit. Ja, Alter. Scheiß nur Lootlinjas, Alter. Ich hab alle drei. Ich hab nichts davon angeguckt. Ich leveln meinen Charakter. Ich glaube, ich auch. So. Oh, shit. Mann, 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 ja. I'm happy with my weapons, so I just walk away. There's a little guy on the top floor. Ja. He has a lot of loot, I think. Damn, he's tanky. Uh, Max, look at your left. Ja, ja, ja. Okay, die Waffe knallt. Heilige Scheiße. War ich das? Ja, ich muss kurz meine neuen Waffen inspizieren. Es sind halt ein paar viele. Ich hab ein Problem, dass du Zeit machst. Ich glaub, du brauchst auch ein bisschen Zeit, um das durchzulesen, alles, ne? Ja, ich hab mal ein paar Waffen gedroppt. Ich hab halt bei den meisten Sachen nicht einsam, aber einfach keine Ahnung, was es ist. Ja, dann legst du ja auch durch in Ruhe. Nee, wenn ich zu lange warte, dann kommt immer einer von hinten und holt sich das Zeug. Ah, das verstehe ich. Ab und zu, ne? Du kannst jetzt von Teammitgliedern verletzt werden, alter. Also, das war hier gerade richtig geil. Das war richtig Sahne mit den Goliaths. Oh, ich hab jetzt ne fette Sniper. Yo. Genau, bei mir. Falsche, wer ist, Slidercaller. Slidercaller. Slidercaller, alter. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Ja, Flinksteak. Alter. Der Bruder kassiert. Oh, oh, krass. Die kämpfen gegeneinander, das ist ja geil. Oh. Bruder, das muss. Nee, doch nicht. Doch nicht. Also, ich meinte so ein Champion, aber hat sie erledigt. Geil, Loot. Oh, der Kuh, alter. Okay. Sniper ist halt viel zu krass in dem Game. Finde ich ehrlich. Dann probierst du zu spielen in Zero. Er macht mir Schaden mit Snipers. Oh Gott. Was? Mhm. Ich muss mehr Granaten werfen. Er ohne Witz muss einfach zehnmal mehr Granaten werfen. Ich lass die ganze Zeit Granaten liegen und meine Granate macht tausend Schaden. Ja, die Granaten sind hoch. Der hat einen Schild. You gotta aim them really low, though. Oh, da ist wieder so ein Beuteschurke. Oh, nice. Shoot that one. That's gonna be an upgraded one. Er, der kommt weg. Er, der kommt weg. Er, 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 er. Achtung, der soll da oben die weg machen. Ja, das hat much. Kriegst du nicht. Shit. Meine Maschine schießt das schon drauf. There's more enemies up here if we can bait them up here. Jetzt haben die beide keinen Kopf. Echt? Das ist so dumm. Der da oben auch nicht. Kloppen die sich gegenseitig? Okay. Den müssen wir jetzt hochlocken zum anderen. Oh Gott, aua. Ich lock ihn hoch zum anderen. Wo, da ist noch einer? Oh, jetzt kommst du den? Oh, nee, noch nicht. Doch, doch. Wenn wir die nicht töten dürfen, dann gehe ich an der Zeit. Wir müssen die aufeinander locken. Ja, ja, dass dein kleines Hirn was bleibt. Oh Gott. Lauf doch nicht auf mich zu, Bruder. Jetzt sind die aneinander. Geil. Geil. Jetzt schlagen sie sich. Alter, Bruder. Alter. Und? Jetzt hat er ihn. Okay, jetzt müssen wir ihn töten, ne? Alter. Er hat mich getötet. Kann mich einer eben holen? Ja, ja. Ich bin nicht schnell am Ausbluten. Steh auf! Du hast Leute zu verletzen. Ja, jetzt mal aufmachen. Aber guck mal, was da drin ist. Gib her den Lachs. Eine Granade. Da war doch nichts krasses bei mir. Dann nehmt ihr mal alles. Ist schon okay. Der levelt bis auf Gott, Liaf. Okay, also der würde noch weiter leveln. Ja, aber die waren ja keine Gegner mehr. Ja, das stimmt. Der 2nd Level ist ziemlich krass. Und dann gibt es besseren Loot, ja? Ja. Sick. Alter, was ist das für... Alter! Ja, 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 ja. Alter, ich reite auf den! Hä? Jetzt prügeln die sich gegenseitig? Alter. Alter. Es sind halt beide Ballets. Alter, hat er dich weggeslappt? Ah! Die ist abgeprallt. Der eine ist down. Entschuldigung, Max. Ja, geil. Das war auch komplett easy wieder. Braucht ihr eventuell ein bisschen Medikit oder so? Falls irgendwer was sieht. Ja, ich hab drei HP, aber... Ja, ich hab drei. Uff, das ist zu viele. Wir haben alle ultra wenig. Na, bei mir geht's. Ey, Sniper ist halt... Generell gegen die nackten Leute. Feuer-Damage. Schocken. Schocken. Kann man nicht theoretisch einen Goliath überall mit hinziehen? Also der von eben, kann man den nicht bis jetzt hier mitziehen? Ins nächste Stage? Ja, Schocken. Dann gehen wir auf jeden Fall zu den anderen beiden noch. Jetzt mal geschehen. Ja. Lass das mal beim nächsten versuchen. Alter, was ist denn jetzt wieder? Boah, das ist ja viel Schaden. Geil, Feuer-Schaden brutzelt komplett weg. Geil, Feuer-Schaden brutzelt komplett weg. Hier ist ein wenig Schaden. Hier ist auch noch não heilig. Hier ist auch noch heilig. Oh, er ist ja, sag es. Oh shit. Wir ballern, ballern. Hier kommt der Genuss. Tony. Hier kommt der Genuss. Tony. Tony. Shit. Ich schaue an. Er ist wieder am Kotzen. Oh, big guy. There's a Goliath here. Oh, the guy last level. I got it set, I think. Don't shoot him. Oh, your turret's flatter. Oh, wait. He survived. Come on, turret. Oh, geil, das ist ein... Mit dem Laden hinten dran. Nein, ich schieße. No, no, I'm just trying to bait him. Mit dem Laden hinten dran? Komm mal hierher, Christo. Later, you're going the wrong way. Wir müssen ihn zu den anderen. Hört Christo uns? Ja, ich höre. Ich renne im Kreis, weil er sonst nicht hinterherkommen wäre. Okay. There should be a lot of the Goliaths here. Okay, it's from Badass. Do you have a sniper max? Könnt ihr ihn herloggen? Max, yeah. Yeah, ich habe a sniper. Yeah. Could you snipe the face off of that guy? Woo! Oh, lol, yeah. Oh, der ist genau hinter mir. Ja, der ist genau hinter mir. Der ist genau hinter mir. Okay, so this is gonna be hard. Okay, der Badass. Okay, den Badass. Den leveln wir jetzt. Den leveln wir jetzt durch. Achtung, der Badass kommt. Und den leveln wir jetzt schön durch. Oh, scheiße. Ja. Oh, lol. Jetzt sind wir gegen die schwierigste Mission ever. Alter. Oh, ups. Nee, geht schön weit weg. Alter, wie sich kloppen. Nein, Herr Muster. Oh, jetzt locken wir ihn runter. Die ziehen ihn komplett hoch. Oh, er ist super Badass. Okay, jetzt ziehen wir ihn runter. Ziehen wir ihn runter. Los. Oh Gott. Nee, oh Gott. Nee, auch nicht auf mich. Oh, ich lock einfach noch mehr an. Warte. Ich lock einfach noch mehr an. Das ist gut. Lass den einfach laufen. Der mit dem Laden. Auf dem Rücken. Jo, jetzt ist er unten. Der Turm muss weg, ne? Ja, der... Oh. Ja, machen wir keinen Turm, ey Christoph. Der Turm tötet den nicht. Ja, aber die anderen. Er soll ja leveln. Oh, jetzt ist der hier oben. Ah, kommt noch nicht. Oh Gott. Tja, die hier überlegen. Tja, die hier überlegen. Tja, die hier überlegen. Tja, die hier überlegen. Ja, 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 ja. Komm mal hier zu uns. Christoph, komm mal zu uns. Oh Gott, der ist bei mir. Ja? Deswegen. Dann sind sie unten. Okay, wir dürfen halt die anderen auch nicht killen. Ich habe einen anderen gefunden. Ich habe einen anderen gefunden. Ich habe noch einen. Ich glaube, ich bin down, oder? Nee. Ich habe noch einen Goliath gemacht. Alter, Alter. Oh, wow. Schau mal an diesen Kampf hier. This is the ultimate showdown. Woo. Kloppen die sich. Scheiße, ey, ich muss weg. Ich muss auch heilen, um, Leute. Die soll leveln. Ja, geil. Er ist bei dir, Karre. Lock ihn einfach in den Gegner. Oh, ich brenne. Ultimativer Badass. Oh Gott. Kriegen wir den überhaupt noch hoch, dann? Ja, klar. Gute Frage. Oh, shit. Alter, hat er dich one-tapped? Hier oben. Alter, gib ja nochmal auf mich. Kann er mal auf die Kleinen gehen? Ja, ja. Macht er jetzt auch. Alter, der fickt halt alles durch. Ich weiß nicht. Ja, ist halt schwierig, weil der auf dir drauf ist. Ich bin hier auf die Kleinen. Ich bin hier auf die Kleinen. Ja. Der fickt halt einen auf den anderen. Alter. Dürfen wir wirklich gar keine töten, oder? Nee, nee. Er soll ja an den leveln. Der levelt halt sich hoch an den. Gott, liar. Okay, he's top level now. Okay, jetzt können wir alles clearen, ja? Uh, we can clear the big guy. Yeah. No, no. All the adds. And then him. Uh, but there are still small ones that can level up. Oh, okay. Okay. Cut it here. Oh! Alter! Granat! 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 Alter, er ist mehr gesloten, ne? Siehst du auf die Damage? Oh, Jesus. Ja, die Granate sind auch viel Damage. Got him! Oh! Ultimate König, Leute! Alter! Okay, ich gebe das... Wait, was? Oh, dude. Das ist einfach... Alle Ninja Looten, Alter. Viel Spaß euch. Ich brauche das. Irgendwas habe ich mit Grown, aber ich weiß nicht was. Schau mal. Ah, da ist ein Iridium hier. Nice. Oh, ne fette Shotgun. Okay, ich droppe mal. Oh, nice. Oh, ich habe jetzt auch so eine krasse Granate. Ich droppe mal alles, was ich brauche hier. So. So. Äh, äh, does someone want the, äh, äh, purple pistol I got from the guy? Purple? Ja. Hier sind Sachen. Like, I'm happy with my inventory, so I don't need anything. Hier liegen noch ein Parsa. Ah, besser als die, nein, besser als die ziehe ich gerade ab. Droppe alle meine Weapons hier, so if you guys want something. Ah, ja, dann nehme ich das mit. Doppelklau. Wollen wir ihn nicht mitnehmen, um es verkaufen? Um Gold zu kriegen? Oder Dollar? Money doesn't matter that much right now, so I don't really care. Ich nehme schon hier rein, Spiele, oder? Ja. I just call. And this is crazy. Kissy. Kala, ist gut? I love you. Mach dich auf jede Menge Fallen gefasst. Ja. Oh my god, ROOM! Ah! Those guys are tanky as hell. Holy shit. Lass auch mal ne Granate rein, boom. Alter. 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 Ich auch. Oh fuck, hat mich getroffen. Er, irgendwer stand vor mir. Dann explodiert die immer instant. Oh, we don't know what's later on. Rip. Rip around, Makara. Rip around. Oh. Immer wenn ich bessere Item sehe, hat die irgendwie schon jemand in der Hand. Das ist halt unbelohnt. Wer ist denn ein Loot-Shooter? Was erwartest du? Ah! Fuck! Oh, ich kann hier endlich Sachen verkaufen. Nein. Ich kann hier nicht mehr verhindern. Oh, ich kann hier nicht mehr verhindern. Was ist denn diese Scheiß-Bau? Verkaufen. Was ist denn die Verkauf? Oh! Verkaufs. Verkaufs. Oh. Oh. Nice. Okay, so... There's another equipment slot. Ehm... Ehm... That's... Like, your class mod. You might be able to buy one from the medical thing here. Und sie sind meistens gut. Schau mal, ob es einen für dich gibt. Wo kann man es kaufen? Auch in dem Amos? Nein, der Mediziner. Der sollte auf der sehr top sein. Meine Muckis haben Muckis. Hä? Ich habe das so gerade gekauft. Klassenmord. Wunde. Erhöht klasse Psychfeuerrate nach Hilfe. Okay. Es gibt dir ein paar Bonuses. Also wenn es ein guter ist, möchtest du es kaufen. Komm jederzeit wieder vorbei. Mal schauen. Okay. Ja geil. Weiter geht die Luzi. Oder? Wollen wir weiter? Warte mal. Alter, das ist ein Level 13 Bruiser. Wir sind Level 10. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube ich habe gerade ein 400er Schild aussehen verkauft. Uff. Alter. Sowas war bei euch immer angeboten? Ich glaube sie sterben, wenn wir hier einfach hochkommen. Ich bin jetzt mal zurück. Ah. Merci. Oh was denn jetzt? Katzi. Oh Junge. Alter. Alter. Hätte die weggesplattert ey. Ach das ist doch die Stimme oder? Geil Allah. Fuckchen. Oh Lilith oder was los? Oh die habe ich auch in L.A. gesehen. Hat Fieber. Aber ich heiße Lilith. Äh. Belohnen. Hier ist keiner mit Lilith. Steh mal auf, du Opfer. Achso. Ich brenne die Schreiche runter. Fine. Ist mein Hobby. Ich belebe die mal wieder ne Jungs. Was? Wait. Hey. Someone read what it says on the screen. What? Come here. Read what it says on the screen. I was like, what does it actually say there? If this is the first time you're reading this. Then it's only because. No one else has caught you yet. Tell you what it says. Alles bei mir. Ultra verpflichtet. I can read it. So. Hate to be the bearer of bad news. But your system's pretty fucked. Maybe if you downloaded less of that illegal. Tactician porn. Your machine wouldn't be all jacked up. You should probably be embarrassed. This is the first time you're seeing this. Uh. Then it's. Oh wait. I fell down. Then it's only because. No one else has caught you yet. Tell you what's gonna happen here. You're going to put a new graphic card in. Ähm. Wir haben besucht. Und. Graphics. Alter. Der Firehawk ist hier, Alter. Na komm. Anja. Die Bitch. Hey. Beschwört ihr die hier? Kann ich auch nicht. Ne hör mal auf so. Dumme. Blöde. Fuh Allah. Das war rot. Die können halt nichts, ne? Wir sind so Level-Dien-Tikos. Oh, was ist das? I've never actually lifted this screen. Wow, der kann was. Feuer. Boah, Alter. Warte mal, Feuer. Wir brauchen Feuer. Alter, was passiert hier? Warum geht der immer auf mich, Alla? Ey, das fliegt immer auf mich. Was ist das? Ich hab's extra auf den Boden geworfen. Kann mich mehr hochholen, Alla? Warte mal, hier. Ich lieg hier. Jetzt bin ich tot, danke. Äh, I clicked E, but it didn't do anything. Naja. Ich bin eh selbst schuld. Meine Granate fliegt mir immer in meinen Mund. Ah, okay. Aber das schmeckt lecker, oder? Ja, sehr. Wo bin ich? Aua. Neck mir den Baggy, Alla. Alter, warum ist hier noch Eier? Alter, die spornen die ganze Zeit. Ja, wir sollen die besiegen. Ach so. Hä, aber die Troller teleportiert die immer. Alter, ich seh nichts hier. Das geht mir richtig auf die Ketten gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das richtig anstrengend. Wieso? Weil ich nie weiß, auf was ich hier schieße. Hä, auf den Gegner. Ja. Aber die blöde Kuh, die teleportiert sich da mal hin. Ja, die... Ja. So nervig. Hä, warum? Ich finde das richtig anstrengend gerade. A green health bar means friend. A red health bar means enemies. Ja, die soll mal auf dem Teppich bleiben, ey. Hä. Und man sieht doch, dass der oben ohne... Die oben ohne sind meistens die Gegner, außer ich. Ja, zieh doch mal was an. Scheiß Firehawk! Ich glaube, dadurch, dass wir sie wieder geholt haben... Ich hab keine Ahnung, was abgeht, aber die Leute hier, die müssen sterben, Kalle. So, den schneide ich jetzt auf. Wie ein Stück Kuchen. Noch einer? Boah, kann die das lassen? Alter, Kalle, die wird jetzt... Die wird nicht aufhören, wenn du das sagst. Naja, wenn das mehr versucht vielleicht... Ich geh jetzt. War ja mal klasse, bitte. Ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Oh Gott, der ist ein bisschen groß. Nee, den find ich nicht. Ey, warum schleicht meiner? Nimm Christo. Boom! Chakalaka, Bitches! Ich hab 400er Schild, a la... Ihr könnt mir gar nichts. Mach's ja wieder. Ich probier's nochmal. Oh, da kommt noch einer. Komm! Wuh! 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 Nö, der kommt jetzt mit. Wow! Ich glaube, der holt hin. Holy shit, das Grenade hat so lange lang los. Er brennt. Ich bin level up. Belohnen. Oh, die Banditen. Oh, dann kann ich ja... Kann ich ja nächsten Skills gehen. Die Siege Banditen, das hat Kalle jetzt mit... Ach so! Hey, sorry, I... Oh, ich bin bad. Oh, wow! Es gibt mehr von ihnen. Normalerweise sind es nur zwei von diesen Leute, wenn ihr spielt. Komm mal, ran hier auf einen Meter. Alter, lass mein Geschütz das alles machen, weißt du? Dann kann ich derzeit mein Inventar angucken. Ich glaub, der Geschütz ist nicht so... Boah, der hat getroppt. Let's go. Der hat getroppt. Everyone is such a ninja. Nimm das Indium Nugget. Eigentlich bin nur ich das. It's like, as soon as something hits the ground, it hits someone's inventory. It's like... Moin, 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 moin. Ich hab bestimmt 20 Granaten, Alter. Immerhin hat die aufgehört hier den... Oh, jetzt macht die das schon wieder. Firehawk, hör auf! Es ist so anstrengend, wenn du Wupple imotierst. Firehawk, halt die Fresse! Ey, Max, bist du eigentlich der Typ hier? Ja, ne? Keine Ahnung warum. Also... Bist du der gut aussehen? Wir haben die gleiche, Alter! Die was? Waffe, oder was? Ja! Ja, ich will. Ja, ja. Ähm... Bevor die Bloodshots ihn einkassierten, hörte mir niemand mehr zu und Kapitel 7 begangen. Ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Schuhe. Ähm... Wenn wir still hier sind, haben wir Loot. Das ist doch geil, wie wenn man wegrennt, auf einmal rätst du übern Punkt. Ey, er läuft schon mal vor, bist du ein Kalle? Ach, halt den... Sammeln, Alter! Krannatte! Ich muss nur sagen, wer es ist. Oh, nein. Ey, Firehawk, das regt mich jetzt auf! Ehh... 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 Ah, ist kein Ding, Alter! Kein Problem! Oh, ich hab nen Token? Alter, Explosiv-Schaden! Ne... Joa... 18% mehr schon! Warte, renn ich schon wieder in die falsche Richtung, Ne, oder? Nein, 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 du gehst den richtigen Weg. Ich war nur gefragt, was die was machen, und ich war zurück. Jesus, das ist laut! Das ist bassig, Alter! War das laut? Gibt es nicht DPS oder so? Das wär geil. Ey, Splatter! Splatter! Oben links! Loot! Ey, Splatter! 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 Was sind die? Alter, wo seid ihr denn? Scheiße, bin ich jetzt hier. Oh, ja, loot! Hallo, wo seid ihr denn? Geil! Alla, die sind ja beide richtig scheiße! Leute, ich glaub ich... Komm da nicht mehr. Ah, du. Ehh... I'm actually not sure. Okay, mit meinen Weapons so. Scheiße! Dann, ich werd wahrscheinlich... ...hüäh! Ehh! 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 Das ist das? Fetzen! 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 Den! Ich will jetzt fighten, Alter. Ich will jetzt... Ja, das ist ziemlich gut. Ehh! 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 Oh, fuck! Jetzt rennen wir... Ehh! Raus! So, wo ist der Loot? Ehh! Wir können Loot! Ehh! Da gibt's keinen Loot, Max! Der Loot hier, Max! Ich glaube, das war kein Loot. Oder? Reise beginnt! Hast du Loot gesehen, Leute? Nee, 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 nee. Ich hab gar keine Sinn. So, wo kann ich verkaufen? Ich möchte gern zurückreisen. Oh! Da sind schon wieder Gegner! Schon wieder! Ehh! Ehh! Nichtsacken! Feierhock! Oh, shhh! Wieso wollen wir zurückteleportieren? Hahaha! Das ist klar! Ehh! Ehh! So! Da ist er! Wenn du leben willst, kauf bei mir! Sehr fiktiv gegen Fleisch! Ja! Ich hoffe, du bist geimpft! Oh! Mal Platz! Okay, ich verkaufe jetzt ein paar von den... Ich verkaufe meine Kanaren! So, jetzt können wir reisen! Nö! Anima! Was? Als ob! Was hab ich da? Glut in den Mann! Teamschild Ladegeschwindigkeit, Teamschild Lade... König ich auch nicht haben! Alles wartet euch! Komm! Das wird lustig! Ich erinnere mich! Ich erinnere mich an, dass es lange war! Ich warte gerne! Blatt! Das Fleisch wartet! Alter! Hände auf Platz! Kann man einen Charakter, spricht so viel Scheiße! Ja! Ja! Ihr kleinen Loser! Werdes! Psycho! Alla! Hier kommt ja einiges! Ich gehe gar nicht! Ich reise lieber schnell wieder zurück! Oh! Jesus! Allee! Brennt's! Oh! Ich will killen! Why are we... What? WUH! Alter! Das war eine Scheißgruppe, ey! Nein! Wer will jetzt reißen? Ich bin tot! Mach keinen Scheiß! Okay! Das ist schön mit euch! Ja, ich hab eine neue Stärke! Okay, das ist keine Worte! Das ist keine Stärke! Warum bremst'n du, Chris? Hier sind wir wieder! Weil ich das Ding angeschossen hab! Also, weil... Ja, also... Keine Ahnung! Anne-Marie! 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 Ab ins Auto, wa? Ja! Und wieder? Okay! Wir könnten auch, äh... Quick Travel nutzen! Quick Travel nutzen! Aber, äh... nicht hier! Boah! Okay, bin bereit! Und rein damit! Achso, ihr seid wieder alt! Oh nein! Magst du mich mit? Ah! Ja, ich bin doch eingestiegen! Oh lol! Huh! Oh shit! Okay! Oh, okay! So, sind wir da, alle? Und noch mal! Heiner, Pfostel! Hehehehe! Huiii! Boah, ich wollte noch schnell abbrechen! Hab ich nicht geschafft! Haaaah! Paskalowicz! So! Ah! Eine verlammt gelungene Rettung! Rette Roland! Alle bitte ansteigen auf die Lovetrain. Ich schieße mich, Kalle. Du willst die Fire, die Skill? Ja, ja, ich fand das war ein guter Skill-Point. Deswegen... Fehler haben sich gemacht. Habe ich geskillt. Aber dafür... Just wait until Spliderman finds a fucking Rock'n Launcher. Nimmst du Schaden, lädt sich die... Ja, genau, mein Ulti lädt sich dafür schneller auf. Geil. Wie sind wir geläutern? Warte mal jetzt einen Ball an, Alter. Ja, gerne, Kalle, Alter. Ich bräuchte mal echt ne neue Waffe, weil, ganz ehrlich, mein Sturmgerät hier ist nicht mehr so gut. Ja, ich merk's auch. Ich merk's auch, dein Sturmgerät. Das ist nicht mehr dasselbe, Kalle. Ja, ist halt wirklich. Jo, wann... Wo sind... Apostel und Spliderman? Ich find gut, dass wir mal Duo-Cube machen, Allah. So, Kalle, ich lass ihn mal im Stich. Alter, wer spielt schon gerne Flex, Allah. Was interessiert mich denn Apostels Death Trap? So, der kann nur weg. Schockfossil. Na, na, na. Ja, ich schild so, dass er, äh, he gives, äh, whoever's low on shield, shield. Geil. Voll nett. Voll nett. Let's go, boom, boi! Tschüss. Ed kassiert. Die Nades sind so retardendlich gut. Was ist er denn? Was? Lolo kassieren? Ja, normal. Uh, basically, es ist eine Quest. Wir müssen Menschen mit der Weapon, die wir von ihm haben. Okay. Das ist diese... Oh, Alter, das ist die, ne? Es ist eigentlich eine ziemlich gute Weapon. Eigentlich schlechter als meine Weapon. Ich hör mal kurz was zu trinken, eigentlich. Ah, ich hab die auch bekommen, oder wie? Okay, ist das die? Doch, super. Ah, ich könnte nochmal ihn max töten, ne? Wenn er sich da was zu trinken holt. Ich töte ihn mal actually nochmal eben. So. Und weiter geht's. Alter, die ist ja wirklich nicht schlecht. Können wir die behalten? Uh, we can, as long as we don't complete the quest. Aber die sind geil aus, oder? Ja, aber die sind geil aus. Ja, beinahe. Raille Guns. Die hö. Die hö. Doppelklang. Doppelklang, Allah. Das freu ich mich. Ich habe nicht mehr so viel Mana, äh, nicht mehr so viel Munizium. Ja, genau. So. Dann bin ich wieder. Wenn du Tab klickst, bekommst du eine Webe, das ist ziemlich gut. Okay. Ich denke, zumindest. Ja, Lila. Ihr habt mich umgebracht, ne? Nein. Oh, lecker. Warum bin ich dann hier? Du hast dich teleportiert, weil du Firehawk bist. Ach so. Prost. Hast du es nicht mitgekommen? I have no ammo at all. Auch nicht. Und ich bin auch schon echt wieder super low-life an. Ah, scheiße, Bruder. Ich bin kein Problem. Ich bin ziemlich low, Alter. Was ist dein Problem? Henno meinte, du riechst nach einem Erdbeerkuchen. Ja. Ist doch geil, oder nicht? Ich bin doch vorher. Ich mache jetzt Parfum. Nein, Max, richtig gekillt, dann. Ah, du hast mich gekillt. Na, danke. Genau, ich bin nämlich trotzdem noch. Gib mal ein bisschen Muni mit. Gib mir Muni. Gib mir Muni. Gib mir Muni. Oh, ich krieg Augengulasch. Augengulasch. Alter. Schischkelb. Oh, viel Leben. Sollen müssen noch fünf Leute killen mit den krassen Weapons. Ja, wie kennt ihr denn hier? Die sind weg, Leute! Schischkelb. Oh, was ist denn jetzt los? Dein scheiß hässlicher Roboter soll mich in Ruhe lassen. Komm, wir reißen. Boom! Ich denke, wir wollen die Quest abgeben. Oh, ja. Das ist der Dude hier. Oh, krass. Unnormal. Mir lohnt. Blut. Hallo, sind die Gegner? Falco, Kitzel. Da sind sie doch. Hehehe, alle tot. Oh, du gehst auch noch down. Baby, are you down, 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 down? Eines Gegner noch. Geil. Komm ran auf den Mäder. Oh, scheiße. Haben wir. Wir haben alles geschafft. Haben wir. Hilfe, mein Arschloch. Was? Okay. Ah, die Granate ist mir zu krass. Oh, oh. 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 Ich glaub ich die mal in den Brüdern nicht. Alter, wer ist erdet? Ciao. Alter, Assassin Wot. Danke. Kisto, schieß doch auf ihn. Das heißt, bin ich wiederbeleben, Alter. Nein, ich glaub, was passiert hier. Da wird die wieder wie du sagst. Ja, so wird ihn dann. Mir reicht's. Jetzt wird zurückgeboxt. Scheiße. Hat nicht geklappt. Holy shit. Dad, I want this happening. Jetzt ist die wieder mega laut. Nicht ja laut, ne? Alter, das mit dem Aufheben funktioniert echt gut, Freunde. Äh, wie wird das? Ja, wir haben wir zurück zum Mainmenu, weil dein Internet-Connector was warst. Ja, dann bin ich am Arsch. Oh. Oh. Oh, das ist das jetzt aber gar nicht, Mann. Okay. Ich brauch einen, den ich nicht fischen kann. Ich glaub, ich sterbe auch viel durch euch. Ne, das glaub ich nicht. Ich glaub, ich muss auch aufstehen gleich. Ich bin das nicht gewohnt, was ich dann reinfände. Bin in zwei Sekunden tot. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Geil. Oh, meine blaue Waffe. Ich bin wieder da. Oh, das hat mir geschmerzt. Mein Name ist Lelle. Oh, nö, nicht wieder die blöde Firehawk. Sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Junge, hättest du am Jack. Halt mal dein Mull, Alter. Wir wollen hier gerade looten. Achtung, Max. Achtung, Max. Oh Gott. Oh, da kommen sie. Selbstmord, Psycho. Kaboom. Diese Granaten ist so belastend. Ich bin ja da heute. Aber danke dir. Guck mal hier. Oh, scheiße. Oh shit. Alter, was passiert? Irgendwie hat mich gekillt mit seiner fucking scheiß Granate, Alter. Unbelohnender Skillpoint. Oh Gott, da darf ich nicht runterspringen. Ich komme. Hauptsache, du bist selber tot, ey. Ich muss mich holen. Ich kann nicht resurrecten. Das funktioniert nicht. Ich kann. Okay. Na, es läuft. Oh, das war aber allerhöchste Eisenbahn. Geil, was blaues. Okay, neue Waffe. So. Alter. Guck dir mal meine Waffe an. Ich belohne. Alter. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier. Ich glaube. Ja, hier. Wo? Oh. Volk der Schwed. Volk der Schwed. Oh. Mama Mia. Kalle. Hier geht's wieder. Mama. 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 Mama Mia. Mama Mia. Eier. Plasmat ist hier für Kalle. Und für... Super, vielen Dank. Unnormal. Keine Ahnung, Leute. Scheiße. Ich habe einfach alles mitgenommen. Safety first. Oh Gott. Wir haben hier ein Problem. Hahahaha. 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 Wieso? Du hast das Ding kaputt gemacht, oder? Nein. Da kam einfach drei Gegner, die sich hochgesprengt haben. Halt durch. Ich bin bei dir. Man mag mich trotz allem. Und du kamst gerade um die Ecke. Danke, Christo. So, tschüs, Kalle. Ja, ja. Tschüs. Hahahaha. Alter, du kleine Missgeburt. Hahahaha. Hahahaha. Geil. Ich werde dich nie wieder ratzen. Never ever. Ah, never ever ever. Ah, never ever ever? Never ever ever. Ey, das spielt doch an das Wochenende, wo wir ja Madics spielten haben. Eyo, Christo. Hahahaha. Okay, das hältst du mir jetzt vor? Hahahaha. Nur weil ich dich gefickt habe. heeeey brache sagt man nicht aller morgules alter alle müssen sterben aller morgules aller aller richtig lustig aller ja 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 explodiert ja 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 was ist gerade los warum rett dann weg du bist ein assassino ich glaube jemand hat gekillt ja das ist so ganz schön wen habe ich denn zum duell rausgefordert grüß mir den kalle nö 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 warum erst im duell oh geiles loots wecker ok ich musste gar nicht hochrönen kleines stück müll ey ich wusste halt nicht was los war weil ich gegen irgendwie ein duell was los heilern 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 so weiter da hey jo schieß mal auf mich hast nur schild alles gut du wir sind schon wieder über gegen alles ich geh rein ich geh rein da gehe ich rein da gehe ich rein da gehe ich rein wieder früh unnormal roh roh das klatsch dem skillbomb setzt du du ich hab jetzt ein bischen hybrid bisschen nahkampf wisschen krit alter schockt er den durch. Alter, Alter, Alter. Oh, nochmal. So. Alter, hört auf mit den scheiß Granaten. Fucking Dommers. So kann man Max halt immer töten, wenn man Bock hat. Immer Bock hat. Ich bin Kalle. Ah, nein. Er hat mich. Du bist doch genauso ein Assi, Alter. Nicht mit dir, Alter. Ich komme, Splatter. Nee, ich krieg's schon hin. Junge, nicht den Fee an den Toaster stecken. Doppelklang. Oh, hast du Loot gemacht? Oh, geil. Geil, ne? Oh, hier kommt der Bosse. Hier kommt der Bosse. Drei, zwei, eins. Granatsperm, los. Nein, nein, nein. Oh, da krieg ein Zappa da. Oh, Leute, ich bin nett. Alle tot. Granatsperm. Der war eben alle tot, auch die Gegner. Ich geh da noch hin. Ich krieg den Loot noch, Leute. Alter. Rudi Butter, Dankeschön. Alter. Der ganze... Die ganze Anstalt implodiert. Der war alles scheiße. Kurwa, Alter. Jetzt renne ich aber schnell dahinten, damit ich als erstes den Loot krieg. Ja. Ach so. Deswegen hab ich auch schon sofort schnell auf... Ich bin... Nee, ich bin richtig. Geil. Nee, nee, nee. Alter, das kostet Geld. Nee, nee, nee. Ihr Dummi! Alter! Got'em! Einfach... Einfach... Ein Meter vor dem Loot, Alter. Wollen wir denn hier? Okay, ich glaub, ihr habt mich gebändigt, Alter. Jetzt hab' ein Clip da, man sengs. Boah, ich denk so, ich wär' übers Smart zu... Ja, ich hab' eher aufgegeben, damit ich den Loot krieg'. Oh! Alter, ohne Witz, in diesem Spiel, ich mach' jetzt Dialog aus. Ich hab' noch nicht einen Satz richtig zugehört. Ja, das stört halt nur, wenn ich mit euch reden will. Ey, also, ja. Ne? Wir starten mal die Reise. Nee, machen wir nicht. So. Oh, that sounds pretty good. Warte mal, jetzt guck' ich erstmal, was ich hier für krasse... ...krasse, krasse Waffen hab'. Ich hab' einen so da... Du bist mal Pipi, ey. Ich glaub' ich geh' gleich mal trinkeln. Puh, wo muss ich denn hier hin? Wer seid ihr denn? Ist jemand von uns Mikromancer? Ja, ja. What's up? Du? Ja. Willst du'n Klassenmod? Klassenmod, Alter? Depends. Was... You can drop it and I can look at it. Nö. Doch. Wuuuui. Ich sammle so'n Amo-Dump, Alter. Hm. Ich sammle ja alles, so, ne? Ja. Kommando, Alter. Ist jemand Punk, oder? Ist jemand Punk, oder? Ist jemand Punk, oder? Ist jemand... Hier Karl, du bist doch Assassin. Ja. Ja Karl, du solltest diesen, ich denke. Wenn du mit Snipers spielen willst, dann verlierst du 57 hinter dir. Ja? Was ist das? Das ist für Color. Aber das defiliert 60 Armor. Oh, das ist gut. Okay. Aber defiliert Armor. Also, diese lila ne Waffe, die ich bekommen hab? Ist doch. Also, ich hab' 20 Team Crit Schaden, ich glaub' das ist besser, oder? Aktuell. Doppelklang. Ah, ein Kadaver. Ich hab' Josunders Regeneration und maximale Geschwindigkeit jetzt erhöht. Statt plus 16% SMG Genauigkeit. Heißbräunig, Allah. Handy-Raketen sehr effektiv gegen Fleisch. Okay. Lecker. Wo soll ich die denn mal hin tun? Wollen wir reisen? Ja, ja. Jetzt geht's los. Let's bounce. Let's bounce! Bounce, Baby, out the door. I am here... There's the clip of us all being idiots. And the next thing. Hey. Hey. Macht euch das Spass, Allah? Ja. I told you you would regret scaling that thing. Ich find' ich auch irgendwie gar nicht lustig. Dass nicht der so was macht. Hast du doch Kado oder gar nicht? Alter! Let's... Let's... Let's see if we can go here. Ah, here. Badass creature, badass attitude. I don't know if we can do anything here yet. But... Maybe. Oh! 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 Jetzt haben wir den Dialog ausgemacht und die Sachen... Ich auch! Merk's grad. Also... Geil. Kommen wir jetzt Cape drücken. Und den nicht. Ich... I think, äh... Spyro can do it. Nee. Geil nicht. Oh! Alter! Wer ist er denn? HALA! Mein... Mein Vater. Stimmt. Der sieht genauso aus. Nur ein bisschen schmaler, ne? Wann hat er da diese Schrauben im Arm, ey? What? Hehehe! Warte mal! Ist das ein Hand of Blood Video? Hehehe! Das ist der Käpt'n, Alter! Das ist Kevin Wolter, Alter! Das ist Kevin Wolter, Alter! Hehehe! Hehehe! Das ist ja grad richtig angenehm hier. Oh, die halten alle ihr Maul. Das ist echt nice. Du kannst doch nicht den Dialog ausmachen. Äh, äh, ausmachen. Doch! Das war mir ein bisschen too much hier. Du hast hier drei Vollspackos. Und mich. Oh! Und dann noch die Vollspackos. Das war einfach ein bisschen too much. Ah! So heiß... Badass. Ja. Okay, wahrscheinlich mach ich... Also... Könnte man gut nachvertonen. Ja. Aber... Okay, so we can't... We can't do this one yet. But this is a DLC place. Uh... This one is a little bit too high level. But we can do this DLC. Was laberst du? Ach, genau! Was du laberst, Alter? Hehehe! Alle Marie! Ich glaub, das ist die dümmste Gruppe, die Bruder den spielen könnte. So geil. Wer war das? Bom! Wir fahren jetzt schon wieder zu Markus! Der hat wahrscheinlich eine geile Waffe für mich. Das ist eine gute Idee gewesen. Ganz Allah. Ja, Fosti. Geil, Markus. Mach die Tür auf, Bruder. Markus, mach auf! This guy sells level 13 weapons that look pretty fucking good. Er kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Ähm... Bleib still, Spastik. Er kommt nicht durch. Oh, Pala. Gott, verdammt! Ach... Let's go into the closet. Ich bin Narnia. Du Narnia. Du Narnia. Narnia. Du bist halt wirklich Narnia. Das ist halt wirklich Narnia. Das ist halt wirklich Loll. Hä? Das ist halt spitzig. Das war ein Witz, Brudi. Dieses Spiel ist einfach unnormal. Unnormal will Narnia. Das ist gonna be hard, guys. Ist das genug? Granada! Level up! Erstmal Skilling. Let's go! Geil! Ich mach noch mehr Schaden. Okay, ich mag diese Musik. Die Musik ist gut. Ja? Ja. Ich mach mal Musik an. Wer nicht. Ja, ich auch. Wer nicht. Oh ja, das ist geil. Ich hör nichts. Wir haben ja auch Musik an. Wir haben ja auch Musik an. Richtige... Das ist so richtige... Wie heißt der Laden? Ja, so Drogenmusik halt. So laut? Ja. Früher mal. Bei mir irgendwie nicht. Ja gut, wenn man in Narnia ist, dann muss ja auch irgendwas schieflaufen sein. Dann muss man Drogen nehmen, oder? Oh, jetzt geht's wieder aus. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Alter, Granada! Alter, die sind Bullen, ey! Scheiße, Bruder! Well, this is gonna be fun. Feuer! Hier ist richtig Feuerwerk. Jo, das mach ich. Piu! Piu, piu, piu! Piu, piu, piu! Hey, bei mir ist... Jetzt geht's wieder aus. Unbelohnt. Jetzt geht die wieder an. Ich bin Berserker mit dem Sniper. Das fühlt sich echt nicht gut an. Schock, Schock, schwere Not! Hehehehe! 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 Aber wir leveln hier richtig nice. Sagst du, ne? Das ist ein Schneemail. Oh, was?! Für level 15. Aha. Was labert er? Shhh! Machst du wieder an den Dialog? Ja. Oh, oh! Oh Gott, Alter! Es ist Nunu! Oh Gott, Alter! Hehehe! Oh, ne! Oh, Jesus! The grenade bounced off Callas Head. Hehehe! I threw a grenade and bounced off Callas Head and flew back at me. Ah, mein Turm muss mal work'n, Alter! Wo ist denn dein Turm? Da oben, bei dem weißen Schneemann! Bei dem Gedi, Alter! Bei dem Gedi, Alter! Hahaha! Ich baue den Turm ist ja als halber ab. Das Musik ist dope! Ja, ich glaube je höher man kommt, desto geiler wird die Mucke, oder? Ja, das wird echt belohnt, Alter! Ja, das wird echt belohnt, Alter! Ja, das wird echt geil, Alter! Ja, das wird echt geiler, Alter! Ja, das wird echt geil, Alter! Das wird so, wenn man richtig high ist, dann wird die Mucke immer geiler! So, wenn man richtig high ist, dann wird die Mucke immer geiler! Das ist wie im Klub und so höher der Floor, Alter! Und so liter die Mucke! tot durch robot egal eine heizanlage was ist das denn gelbes money 95 money money heißt das hier in der snowflake explodiert und ich bin nicht in der nebene die droppen granaten ne der tor muss aus ich hab gerade erf bekommen hey was soll das ich hab vorher ich hab polizei ok nein ich kann nicht hat die traumatisierte ist ein geschenk hallo neben alle sind nur die mit dem mützen nur die mit dem mützen das kann du bist alter von hinten das liebe ich ja in den schwarzen also ich sag's nur es ist nicht so boah loih die kleinen sind echt die miesesten weil man die auch nicht so betrifft ja das sind die weihnachtsgnome oder ja auch nochmal danke also langsam habe ich den durchblick was das game was das game mit machen will das schön nach drei stunden so langsam weiß ich was ich machen muss so langsam habe ich das spiel ja wir sind weihnachtserfen und wir sollen weihnachten verhindern oder Mentor HA 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 ah Mistakes were made was macht ihr da unten i might have made a mistake and fell down Kann man nicht rüber springen um Kuss mal probieren wir Ich glaube wir können hier oben gehen oh du wirst blocken hier in dem wand oder doch das sache okay so you are supposed to go down ich habe mich selber gerettet kann mich wer holen geil danke kein problem jetzt weiß ich das mit der club ich wurde jetzt verstaubt das eis an der verankerung abschießen echter alter die musik bruder unnormal melonen es bringt ja alles nichts also meine waffen sind wirklich zwischen scheiße und kacke das ist die grenäte ja ist halt echt so aber nicht wenn max daneben steht im besten falle nicht geil geil so ist weg da macht es terrorist lassen töten äh jetzt wird er wieder gegner hä what the fuck wo kam der näher kann ich mich holen oh ich bin selber dead was oh ich habe eine granate geworfen statt zu schlagen habe ich eine granate geworfen sehr gut oh ich bin dead oh wait i should get okay ich drücke einfach hin zum aufgeben ne ja ich komme okay tschüss viel spaß weiter geht's aller zum glück habe ich lebensregeneration mitgenommen diesmal ey das ist der wahnsinn so boah hier war richtig viel weihnachtsgeld drin drinnen das ist ultra viel fässer oh shit es geht los boah auf dem platz da stelle ich erstmal schön meinen turm hin wieder oh shit aufs dock ab richtig viel gnome explosion ach ich mache einfach nur noch ult er ist jetzt auch zu ult so dun jetzt sind alle tot nee da hier ist noch einer oh jetzt habe ich äh extra granate treff die nicht richtig gute ult aller ich mache einfach mit nichts schaden und ich treff nicht und ich kann nicht scopen mit dem liegen yes oh oh goliath na ja 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 dann machen wir ein äh headless goliath oder ich muss hier raus ich glaube wir machen headless goliath oh ich bin tot nein ich bin dead schade 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 ja leider geht das bei ihm glaube ich nicht weil er einen fetten helm auf hat oder ich denke du kannst ah jetzt 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 ja 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 okay so dieser Mann wird unkillbar sein oh nice außer wir haben ein Millionen Grenaden schade ja diese DLC ist ein bisschen höher als wir aber es ist Spaß das ist Nanya Alter ja was erwartet man von Nanya hier knallt die Arimucke ihm ballert komplett die Müller holy crap oh super badass let him kill one more thing weg von meinem Arsch he 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 Achtung Kalle hielte die ab ha 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 wie der den einfach aus dem Leben buxt oh er unsichtbar Kalle schlau ah der kloppt dir die scheiße aus try to make the other badass a little bit lower health so he can go try and make the other guy a little bit lower because he is too high health right now da 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 warum schießt du auf mich okay that should be enough weil du deinen Würstling von meiner Linse stellst einer okay bereit scharfst du alles oh ne he didn't level up he need to kill one more äh ist hier noch einer ja schade aber dann geschmeckt mein Granat ich schade 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 ja da wir sind oh die granaten das die einfach in den himmel fliegen was ist los ja das kann ich auch gar nicht ich denke Ich denke, das ist ein DLC-Item. Ja, ja, ich denke das auch. Oh, wir haben sie gestoppt, okay. Oh, die Bugga ist unten. Dann müssen wir das gleiche Ding auf der anderen Seite machen. Ich wundere, ob ich es von unten machen kann. Man kann die Verheisung bestimmt hier lösen. Das wusste ich aus eigenem Messen. In Ginger Town, alles klar. Mal ist das Spiel ein bisschen lauter, Mal ist es ein bisschen leiser, irgendwie, ne, gefühlt. Ja, aber macht das nicht Sinn, den Goldead anzugreifen und schon mal low zu machen, damit wir ihn, wenn er ganz hohes Level ist, nicht so viel Leben haben? Wenn er nachher killen die Leute ihn, ne? Oh, okay. So, es geht nicht wirklich. Wir gehen den falschen Weg. Wir sollten in der Drain und aktivieren. Sehr gut. Sehr gut. Toll. Sehr gut, Harry. Oh, Weihnachtsgeld. Und wir machen hier übrigens so wenig Schaden, weil wir kacke sind. Nicht, weil wir low Level sind. Ah, okay. War das dein, äh, Schatz, äh, meinem, oder? Ne, der Schatz hat gesagt, äh, wir machen keinen Schaden, weil wir low Level sind für diese Mission. Ah, okay. Aber es ist Quatsch. Alter, jetzt hier Hogwarts Express, ey. Alter, wo ist die Züge für den Zug? Neun, drei, wo ist der neun, drei Viertel, Ala? Hoppala. Gas, Agathe. Oh, ich bin drauf. Ey, wartet bitte auf mich. Polar Express. Ey. Nicht der. Nimm das. Alter. Ey, das hat nicht den jetzt doch gekillt. Keine Ahnung. Ich hab mal nur gesehen, wie ihr alle die ganze Zeit Granaten abfeuert, ey. Das war gerade Krieg, ey. Der ist ja weit gefahren. Aua. Karma. Ich helfe dir. Danke. Aui. Noo. Well done. Karma. Ladeck. Ne, was? Kann mich wer hochholen? Ey, easy. Kann mich wer hochholen? Ich komme, Karne. Ne, was? Oh, oh. Oh mein Gott. Schaffst du das? Save on your salary, Anna. Oh, ist schon mal bei mir. Ihre. Ehre. Ehre. Okay. Piss auf. Muss man das hier so kaputt machen? Ja? Nein? Oder einfach nur die Leute kippen? Ja. Oh Gott, noch ein Schneemann. Verteidig den Zug. Eskortieren den Zug. Okay. Hör. Ja. Die sind ja Schneemänner. Boah, die machen Schaden, ey. Wow. Bruder, bitte keine Granaten mehr. Ich spiele die ganze Zeit mit dem Sniper, weil ich habe das Gefühl, es ist einzig richtig wirksam in dem Spiel. Ja. Also jedenfalls habe ich noch keine. Bruder, Impact. Oh Gott. Alter, danke für die Granate, Anna. Hey, wie oft ich einfach wegen euch Arschgeulen verrecke, ey. Warum werde ich jetzt nicht wiederbelebt, wenn ich den töte? Weil du ihn nicht getötet hast. Nein, 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 ich bin Kalle Kulutner. Ey. Wie uns diese Schneemänner einfach flicken. Ist da jemand in der Schad, wo wir wissen, wenn Tiny Tina DLC ist? Das würde mich auch interessieren, tatsächlich. Tina Turner finde ich auch gut. Bruder. Boah, kein Witz, ne? Was ist denn hier los? Verteidig ihn in dem Zug. Ach so. Alter, Kalle, ey. Du merkst immer so eine Sache, Mensch, was vorbei ist. Warum machen wir das? Verteidig ihn in dem Zug. Wie komme ich da nicht? Wie komme ich da hoch? Hat der Zug transportiert die Kohle für die unartigen Kinder. Sehr gut. Wieso schmeißt er die Granaten in den Scheißhimmel? Das ist ein DLC. Hör auf, mich abzuschießen. Oder wer war das? Oh. Hä? Warum ist jetzt Apostel? Dein Geschütz hat mich gekillt! Uh, I'm stuck in this fucking turret. Doch, klar. Oh, ich muss Apostel zuerst holen, ne? I'm fucking stuck in your turret. I'm not even kidding. I can't move. Just the minions. Oh, mein turret macht er schon mal die Arbeit, ne? Dude, can this turret fuck off? I cannot move. Ich kann ihn abbauen. Der turret ist halt wirklich so unbelohnt eigentlich. I'm stuck. Oh my god, finally. Ah, da ist ein dicker. Oh! Der Goliath! Geil, schießt die Kopf ab! Schneegoliath. Oh! Alle tot. Haha, ihr seid so dumm und loserig. Könnt ihr mich erholen? Na klar, Kali. Das maue ich auch wirklich. So, der Goliath. Agar, ist dir jetzt. Bist du noch töten? Hä? Er rennt so 10 Meter weg, um dann wieder... Ja, ich kann nicht. Ich habe 30 Leben. Noch ein Goliath. This Goliath is gonna be back. Like really back. Niki, danke. Danke, Niki. Sie kommen hier halt nicht hoch. Ganz belohnt. Huuu! Alter, tötet ihr mich echt die ganze Zeit? Oder? Nein. Wir tun es nicht aufgrund, wenn wir tun. Well, vielleicht manchmal, aber nicht immer. Also auf der Brücke eben habe ich dich mit Absicht getötet, bin ich ehrlich. Es gibt kein Friendly Fire. Ne, ich habe das aber geskillt, weil ich finde das ganz gut. Ich finde das ganz gut. Oh Gott. Der Goliath hat mich gekillt. Ich bin noch schon wieder gegangen. Wipe. Okay, ich brauche irgendwas, was ich killen kann. Oh, there's another Goliath, we can get the head out. Super. Meanwhile sterbe ich wieder. Ich brauche den Killer. Nein, die boxen sich gegenwärtig. Oh Mann, nein, ich brauche den Killer, damit ich wieder lebe, Alter. Oh Mann, ey. You spawned right next to it, so it doesn't matter. Oh, it killed the Badass, the Badass killed the Badass. No, the Badass killed the other. Wer ist denn noch neben mir, Alter? Ich brauche, ich schieße gegen den Zug. Junge, jetzt spring doch hoch. Alter, die Mucke, hör die alten Mütter weg. Was? Alter, ich hab schon wieder nur drei HP, ne? Schockschwere, dood. Oh Mann. Oh Mann. Diese Granaten sind so just es. Oh Mann, die Granaten sind großartig. You just gotta throw them right into the ground. They're insane. Alter, ich hol dich mal hoch. Alter, warum musst du mich ja down, Alter? Hör mal auf. Zack. Ja, bitte. Eine Tausendklaratwaren. Ja, ja, unnormal. Oh, ne Waffe. Oh, ne Waffe. Halten nicht mal durch, die sind einfach mitnehmen, ne? Oh, der fährt jetzt einfach weiter. Alter, wir müssen hinten drauf springen. Ey Zug. Alter. Alter. Alter, komm zurück. Blaue Waffe. Jo. Raketenwerfer. Ich muss Level 15 werden, Leute. Seemann? Ich will nichts gestricktes. Ja gut, ich mach wieder ein bisschen in den Dialog, glaube ich. Ich glaube, so ist dann in Ordnung. Man muss sich da echt rein. Versteht ihr? Versteht ihr, Leute? So Leute, wir haben jetzt die Quest hier abgeschlossen. Wir müssen jetzt Kohle in den Karren hier füllen. In der Zwischenzeit kann ich euch ja erzählen, Borderlands 3 kommt bald raus. Und solltet ihr das vorbestellen wollen, habt ihr im Chat oder im Panel unter diesem Stream die Möglichkeit, dies zu tun. Außerdem findet ihr da mehr über das VIP-Programm heraus. Da könnt ihr alles rund um Borderlands machen, Artikel lesen, Videos schauen und so weiter. Was ihr sowieso macht, wenn ihr hyped seid auf Borderlands. Und dann kriegt ihr Punkte für und könnt diese eintauschen. Checkt das mal aus. So, ist die Kohle drin? 13.09.2019 Brennt! So. Tschüssi. Ich wollte auch was dazu sagen. Kein Problem, Small Timmy, Alter. Small Timmy, Alter. So, meine Damen und Herren. Kommen wir jetzt wieder nach Hause? Aslan ist noch nicht hier. Talk to smaller than average, Timothy. Wow. Ja, dann lass uns das mal machen, oder? Ja, dann lass da hinten. Ja, geil. Ich meine, wir können ja auch warten, aber... Komm mal mit, habt ihr Bock? Oh my God, I'm stuck. Okay, das war ein. Oh my God, I suck. I suck. Oh shit, I'm stuck. So, ich bin an der gleichen... Wo ist smaller than average, Timothy, Alter? Jetzt komme ich hier raus. Wir können euch nicht zahlen, aber... Ginger Toon. Dieses Game ist so krank. Ich habe Borderlands 1 nicht so in Erinnerung. Was passiert hier, Alter? Wir sitzen da im Klavier, Alter. Der ist ja noch kleiner. Musikalischer Zwerg. Ich möchte jetzt auf die durchgehend Drogen nehmen, während wir das Spiel machen. Naja, der Turm schießt da ja nicht auf den, schade. Ey, machen wir auf! Ey! Ey! Was ist das? Wie? 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 doch ein Mensch, der bei mir ist und der mich die vergisst. Alter! Ich bin so ganz mein wahres Ich. Ein Mädchen zu mir sagen, Ted, transzendier lieber die Realität. So blieb ich zwar ne dumme Wanze, doch ich seh das große Ganze. Kandara-Dudel, dumme Nudel, komm und spiel mit mir. Oh, irgendjemand hat schon eine Granate gezückt, oder? Ja, ich hab ihn wieder aus dem Zübis geschossen. Danke, danke. Klappt den Chat, Alter. Klappt den Chat, Alter. Punkt. Klasse. Können wir jetzt Leute töten? Weiter geht's Leute. Geh, wir sollen jetzt weiter töten. Wollte Geschenke, oh mein Gott. Ein bisschen Unterhaltung muss zwischendurch auch sein, ne? Ja. Jesus Christ. Jetzt hab ich wieder Granaten, ja klar. Äh, ich glaub ich krieg davon Albträume. Hier könnte ich auch heilen, hier ist wieder ein Automat. Hä, Christoph, hast du ja etwas Spielbegriffen? Ja man. Ja man, hier ist ein Automat. Oh, hier sind Automaten. Ich hab keine Waffen mehr mitgenommen, weil die alle irgendwie scheiße waren. Bruder. Alter, ich hab hier richtig krasse Waffen bekommen. Echt? Ja. Ich hab halt eine mit 1000 Schaden. Aber ich kann ihn nicht hier. Oh, Kalo, du möchtest du das, ähm, Item des Tages aus dem, äh, der, 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 äh. Chshop, um, Punkt äh, parchten. Der Wachst flieche ist competitions nicht. Oh, das ist nervig. Das nehme ich doch mal mit euch. Du musst den Schneemann ärgern, damit er aufwacht. Wieso redet die so nahe Sachen? Ist das hier ein DLC-Act oder... Ist das der ganze Act? Äh, na, es sollte nur ein bisschen ähnlicher sein. Vielleicht noch 20 Minuten. Oder das ist der letzte Boss-Fight. Ich habe das nicht gemacht. Alle Spieler erforderlich, okay? Wer muss herkommen? So, es ist Boss-Time, Leute. Das wird ein crazyer, ich denke. Oh, nein, 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 ich habe fast Bombs. Was ist hier mit der... Das wird schlecht sein. Oh, was? Das wird schlecht sein. Der Typ ist ultra sauer. Aber sein Hut ist weggerutscht. Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Oh, lol. Du siehst ihn nicht? Oh, lol. Wo ist er denn? Ah, er ist so glücklich. Oh, oh. Ui, ui, ui. Oh. Brüderchen. Der kommt auch hier in der Mitte raus. Ja, da hinten ist er. Woo! Granada! Oh, oh. Oh, oh. Ah! What is... What? What? Nein! Nein! He doesn't even thank you, Doc. Okay, let's try a couple of grenades. Ja, jetzt vielleicht doch. Granada! Granada! Kann mich einer holen? Ah! Oh, shit. Oh, no. Oh, no. Nicht auf mich. Ja, Kalle ist schwierig, ne? Ich komme, Kalle! Oh, kleine Schneemänner. Ich hab' dich! Oh, irre, 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 irre. Oh, hua! Oh, der Krieg ist echt schlimm. Kriegt der Headshots? Oh, ja, Headshots! Ich bin down, ich bin down. Irgendwas hat mich gekillt. Ich glaube, es war eventuell nicht der Gegner. Ich komme. Ah, hinter der. Du hattest einen Gegner hinter der. Hä, was? Der hat mich getötet, obwohl ich einen Dings war. Der Typ war. Max hat den Gegner hinter der, ja? Okay. Danke. Der Typ ist einfach Level 17, ne? This music is so fucking good, da. Alter, wie der einfach immer taucht. Ei, 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 ei. Oh, he's playing golf! Achtung! Aua! Oh, lol! He's playing golf! Jetzt möcht' er sein Dings hier, Allah! Oh mein Gott! Oh Gott, der geht auf mich, oder? Ich hab' keine Munition. Jetzt bowlt er! Bowlt! Was geht hier ab?! Der hat ein Hobbys, Allah! Er ist richtig der Sportsmann, Allah! Sport ist mein Hobby, Allah! Wack! Der Ei, hein! Der Muckle hype wirklich! Das ist ganz n Schnitzig! Wir brauchen Feuer, ja? Ich hab' noch Feuerl, der Mit. Ich hab' auch Feuer. Feuer ist ein Feuer, ich hab' auch Feuer. Feuer ist ein Weissbuner, ich habe die ganze Zeit mit links. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!! Oh, ein Hustle? Ja. Ui! Schadet. Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt. Eigentlich gibt es ein Enem hier, ich könnte ihn holen. Ich habe ihn. Nice. Schneemann! Ah! Ich sehe die Schneemänner. Granater! Oh nein! Oh Gott, der hat mich getroffen. Ja, er hat dich in die Hände. Ich war ein Schneemann. Ja, ich hitte den an mit, der hinter dir ist. Nice. Sehr gut. Der hat ja nicht mehr viel. Immer schön den Kopf ballern, Ala. Oh shit. Alter, der ist halt... Ala, nicht zu mir, Brudi. Granater! Sehr schön. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn, Freunde. Ja, ja. Alter, das war ein richtiger Bossfight. Ein Mann noch. So, jetzt! 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 Jawoll, ey. Jawoll. Wir haben ihn erstmal looten, Herr. Wo ist der Loot, Herr? Er exklusiert bestimmt nochmal. We got his hat. Wie er heult, Loser. Boah, er ist so dead, ne? Erstmal ist er einsam, dann schnell. Hehehe. 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 Wie ihr alle, ne? Und da posten, liegt ihr auf dem Boden. Hau ganz aus. Oh, witzig. Ach, ich meine, Inventar ist voll Sonnenmeld. Das ist mir die Waffenlieferung. Oh, da ist noch Schneemann, Alter. Ja, da sind einige Schneemannas. Ah, wollt ihr auch noch spielen? Oh, da sollte ein Gunshipmen sein. Let's go back to the lost and, like, to the place and get the good stuff. Das ist ein Commander-Mod. Hier sind so ein paar Klassen-Mods. Ja, ich habe den Commander abgeholt. Mechanizer? Nee, was? Oh, das ist ne Bustesnibers, die ich jetzt hab. Ja, die ist aber auf Level 10 Millionen. Ich hab's ja gedroppt. Ja, ich mach noch meine raus. Muss die nicht rausschmeißen? Ah, okay. Ich kann den Sacken rausschmeißen. Schau, ihr Loser. Hallo. Ja. Reicht sie mich? Hä? Ah, jetzt fährt er. Ah, vor dich ist Level 15. Okay, jetzt verstehst du. Ginger Town, Alter. Ja, Rucksack-Upgrade. Ja, aber erst wieder, wenn ich in der Stadt bin, ne? Okay, die braucht ein bisschen Geld. Oh, Mama. Oh, Mama. Ey. Ich hab keinen Slot mehr frei. Ja, ich hab keinen Slot mehr. Alles gut. All good, Allah. Was that one? Die sind nie hier weggekommen. Ah, okay. Wer noch ein Mick. Oh. Oh. Das war kein Loot hier, Leute. Ähm. Ah, das war ein geiler Fall. Achso, ihr habt schon alles geloodelt? Ja gut, dann bräuchte ich mich nicht mehr sagen. Was? Das ist kein Loot hier. Geil. Perionschan. Alter, was gibt es denn hier alles? Ich fand ein Weapon, das heißt Double Penetrating Rod. Okay. Wir sind alle zu Low Level um die Sachen zu benutzen. Ja. Oh, da ist eine andere Mission. Was für eine Baruka? Oh, das sind die Sachen da oben sind, Max. Hä? Auf der Top-Side. Ja, ich weiß. Okay. Oh. Ich habe das Beste von ihnen. Wo ist denn ein Automat? Ich muss das ja alles verkaufen. Vielleicht solltest du so etwas geben. Nein. Okay. Hauptsache, du verkaufst den und den. Ach, egal. Wo ist denn Christo? Ja, ich bin auch am Shoppen. Alter, der macht... Shoppen bist du? Hier gibt es den Boss-Loot. Ja, ich muss noch ein bisschen nachgucken, weißt du? Ich spiele mal mit den Waffen, die ich habe. Ach. Nein. Also zwei Raketen-Werfer brauche ich nicht, deswegen droppe ich den hier mal. Okay, we're gonna deliver presents. Schnell, Kalle. Hol den Stock. Nee, ich habe schon bessere. Ich muss eben Headset wechseln. Na gut. Mach das. So. Jetzt haben wir die Geschenke austragen. Oh, noo. Oh, noo. Oh, noo. Oh, noo. Oh, noo. Oh, noo. We're gonna blow up everything, I think. Oh. The presents are like bombs. Doppelklau. Oh, noo. Oh, noo. There's a pistol, it's here, by the way. Oh, hier oben ist ja noch ein... ...badass Yeet here. Oh, they're gonna explode, Timmy. They're gonna blow up the entire place. Smaller than average, Tim. Alter, die halten so viel aus. Und noch mal. Letterman. Der wechselt grad Akku. Ich boxe den jetzt. Okay, who wanna bet that these are gonna explode? Oh, ich kann die Waffe werben. So, jägt der jetzt alle Gehäuser hoch? Jesus. Oh, noch einer. Der hält weniger aus. Kalle mit der Laserwaffe. Oh, shit. Kalle, wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Hast du mich zu do? Nee. Wie denn? Hast du was geskillt? Alter. Okay, jetzt hat mich auch irgendwas gewanschottet. I'm dead. Oh, what? I was looking at you and trying to resurrect you, but it resurrected Max that was behind me. Oh, ja. Okay, so. Yo, ich habe einen Kampfroboter. Ja. What? Ah, okay, es war dir. Wow. Ich hatte einen Bleinsalat bestellt. Alter. Oder ich, äh. Ich, äh. Achso, ihr seid woanders. Okay. Alter. Das ist aber ein kleines Kampfroboter in die Geschenke. Nette Geschenke. Alter, die machen mich aber komplett nass. Yo. Hier hat er geschockt. Oh, shit, there's a boss. Oh, ich hab auch mal. Alter. This boss is tanky as hell. Alter, die sind alle super tanky, oder? Yeah. Ich hab irgendwie keine Muni, das ist mein Problem. Christus auch tot. They're fucking Transformers. This one turned into a space. Feuer macht gegen dir irgendwie nicht so viel, hab ich das Gefühl, oder? Der Gemeinde, der wünsche ich nicht so, sondern nicht so. So, Angriff. Ah, okay. Mit meiner Ult geht's gut ab. Ja, wenigstens mach ich so schade. Aber ich sterb halt auch. Alter. Ich block ihn. Alter, die Muggel. Dein scheiß Roboter ist in meinem Weg. Geil, der übernimmt die Aggro. Unnormal belohnt. Oh, mein Gott, da sind so viele andere. Wir haben auch noch nie was Besseres als Blau gefunden, ne, an Waffen. Warum ist die Mucke jetzt so laut? Ja, ich glaube, wir machen ein hoher Level. Elektro-Waffen? Ne, ich glaube, Säure brauchen wir gegen die, oder? Säure. Ich... Ja, ich denke, du bist richtig mit Korrosim. Also gegen Feuer haben die sogar Resistance? Ja, Feuer ist Garbage. Was ist mit Elektro? Ich hab Schocken. One of them is against armor and the other one is against electronics, but I don't remember if these guys are... I think these are... Wie viele alle wieder aufstehen müssen. Okay, ich probier mal Schock. Schocken, sie sehen. Genau. Ah, sieht nicht so aus. Oh lol, da ist der einer. Ich werde ein paar Grenaden kaufen, das ist das, was ich machen werde, das ist mein Plan. Ich mache mein All. What? Sie gerade langgezischt. Ich weiß halt nie, ob ihr mich killt, oder? Oh, das war ich. Oh, okay. Okay. You run into three on my date. Enough! Ne, das... Ach, der fliegt jetzt da oben. What the fuck? Der Mensch steht halt immer noch rum. Hey, der war doch wieder da, oder nicht? Spawn die neuen? Ne, die können auch fliegen. Alter. Alter, ich habe keine Munition. Das war mir, too. Okay. So, ich bin komplett out of ammo, ey. But there's a machine... Kannst du kaufen, ne? Beim Laden. Yeah, there's a machine right next to us. Das habe ich nochmal drühen. Vor allem, das sind ja erst die Spielzeug-Sachen von zwei Häusern. Aber wir haben vier. Jesus, lass laut. Ich schock ihn. Ja, du sollst mitspielen und nicht rumsammeln. Ist halt echt so. Wir haben halt keine einzige Säure-Waffe. Leute, ich habe hier ein Aggro. Alter, wir bist Quest-Mann, die auf unserem Level sind. Bruder. Ja, ja, die Hälfte. In den Schnee... Der Schnee-Mann war ja geil. Ja, das war ein Schotter. Ja, ein Schotter hat mich. Oftmals ist das erfroschlich. Und ich meine, es ist auch Granaten. Dude, diese Sachen sind so tankig. Ich glaube, ich weiß, wieso die uns töten könnten. Eins noch. Nee, drei noch. Kann Splatterman bitte mitspielen. Ist halt echt so, ey, was macht er denn? Ach, der wechselt nur... Als ob der jetzt so extra trotzig ist wegen irgendeinem Loot oder so. Splatterman. Hörst du mich? Oh, Mann. So, this one up here, I almost finished earlier. There is, like, one guy alive. Yeah, coming. Wow, he's in a fucking spaceship. Der hat Soundprobleme, okay. Hä, sind hier zwei Stück? Ich krieg auch mal kein Zehn. Nee, ey. Ich hab ja auch keinen richtigen Strom. Ich denke, wir sollten einige wirklich gute Weapons bekommen. Und auch die Weapons, die wir bekommen, die, äh, sobald wir, wir bekommen, wir bekommen. Scheiße, Alter. Doppelklamm. Wirft der Granaten? Ist das dein Scheißernst? Ist das das Önnis? Ich hab so Angst vor diesen kleinen Robotern, ey. Okay, let's go together. Let's fuck them up. Ja, ich hab einen. Die Granaten sind echt gut. Nice. God bless. Ada, der spawned out of Aktion? So, there's a boss up here, that is hardestly strong, by the way. Like, he... Do you see that thing flying up there? Yeah. Yeah, that's him. What? Yeah. This guy flying above you. The whole time? Der landet nicht? He stops, he stops. Vorsicht! Nein, nein! Oh! Oh! Papa, 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 Papa! Alter, Splenderman, halb zwei und schieß! Wirklich? Alle zwei Sekunden kommt der hier ran. Ist das nicht der Pfosten? It's me. Oh, weia. That's me. Ich kann mich mehr holen. Jetzt fliegt er doch eh. Hilfe. Ich wurde weggebombt. Geil. Kalle, that's me shouting, not Splenderman. Ach so. Ja. Es hört sich halt genauso an wie bei... Die Waffen aus der Kiste können wir nicht nehmen, weil die alle zwei, drei Level über uns sind. Okay, so now we just got a game. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Schön. Oh, manne. Ah, die Scheiße. Ja, meine Ult macht echt gut Damage. Aber ich steff dann halt auch. Aber es läuft trotzdem worth. Okay, so this guy... Christo, du hast echt das Schlimmste gerade verpasst. This quest is fucking cancer. Die letzte quest kann der Christo machen. Hey, die sind vorhin schon gespawnt. Geil, Christus wieder da. Belohnend. Hast du eine Säurewaffe? Nee, ich hab keine Ahnung, was gesagt. Heavy. Oh, weia. Dude, I hate these things. Die knallen echt gut rein. Slow, ey. Lasst den DLSD machen. Die haben eine super Idee. Kannst du, äh, Christo machen, den letzten Mal selbst? Ja, ja, ja. Alter, er ist schon wieder Tork. Kalle, was los? Kalle, was los? Was hat er denn? Das Spiel macht Spaß. Okay, so, Spyro, you're just going to try to lose my phone. Ja, ich kann ja, dass es zwischendurch irgendwann mein Sound immer weg ist, weil ich nicht ins andere Headset hinbekomme. Ah, okay. Doppelklappe. Du hast Soundprobleme. Ja, ja. Hast Soundprobleme, ne? So, juhu. Noch mehr Geschenke. Ah, kommt her, Jungs. Ich mach mich bulasch. Okay. Leute, ich bin safe. Wir können mich hochholen. Nein, das ist auch ein Boss dabei. Muss man eben. Muss man eben einkaufen? Alter, das sind so die Drecksteile. Einfach die ganze Zeit wieder hochholen. Sterbe, bitte. Oh Gott. Nein. Alter. Verstehe gar nicht, was das Problem ist. Kei! Ja, ich komm doch schon. Der kommt aber von hinten, Alter. Ist egal, ich block den. Der rammt mich. Der ist dumm. Jetzt geht er auf den Roboter. Und boxen. Achtung, Friendly Fire, bitte nicht auf mich. Geil, der gibt mir Schild. Das ist ultra gut. Alter, ich drücke dem so viel Damage. Wo ist er? Wo ist er? Alter, ich... Alter, er ist halt fast... Der hat halbe Leben verloren durch meine Ult. Ist gut. Zack. Weg mit ihm. Och, endlich. Oh, nee. Das war noch nicht alles der Flieger. Nee, ich hab den Flieger getötet. Oh, sehr gut. Alter, warum Sporty neu? Und ist wieder ein Schild. Da hat er die jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt. Nein, er hebt ab. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Ah, ich bin dead. Fuck, aber... Ey, was ist das Problem mit dir? Die sind scheiße. Hör dich, Galle. Nee. Oder auch nicht. Too late to apologize. Danach will ich ne... ne Mission machen, die 10 Level unter unserem ist. Juni, die besaugen uns so gut. Oh, Mann. Okay, I want to bought some grenades. Damn! Mit den richtigen Waffen kein Problem. Danke, Shad. Den knüppel ich jetzt weg. Und ich habe das noch in Solo und Duo noch gespielt. Das macht, like, everyone that, uh, says that, uh, says that probably only played this in Solo und Duo. Like, I, I played this game in Solo und Duo quite a bit, and it's super easy, but if you play it in Squad, it's fucking impossible. Wir werden spawn gleich noch welche. This was der letzte. Deck den ein! Bitte steh am. die sind ja als 100 heute kriegen die verdammten fressen denn nicht warum fliegen jetzt weg weil er glatt ist die letzte halbe stunde mitgespielt hännis wüsstest du das ja warum fliegen jetzt weg der kann da aber die mucke bürnt die mutter alle die fresse timmy diese mission was so wie immer noch nicht alles gelootet von eben unbelohnend ich gehe noch die ganze zeit in den gleichen oder amnest learning everything if no one else wants it das ist wirklich gut ich brauche halt level ich kann ich kann nichts ich brauche halt level ich kann ich kann nichts so leute auf zur quest okay kriegen wir jetzt keinen fetten loot so das war's oder ja wofür haben die kacke gemacht vielleicht vielleicht wurde es geblockt weil da noch die blut war nee das wäre dumm ach doch hier die habe ich abgeworfen tja weiß ich nicht echt gar nichts wirklich? nichts Aua äh hä? hä? schießt mit dem raketenwerfer auf mich totet mich hä? ich hab halt nur einmal gedrückt und er schießt halt irgendwann nochmal Ja, weil der licht der doch die Waffe durch. Ja, read what it has, it's that. Okay, it seems like it's over. We just got good XP from it apparently. Geil, Level 14, in dem Moment, wo du es sagst. Okay, ja, würde ich sagen, an dieser Stelle, guter Abschluss, oder? Ja, flink, oder? Man, gegen Ende nochmal richtig Sahne? Ich werde heute Nacht davon träumen. Aber geiles DLC, muss man sagen. How many DLCs exist? Four, I think. Okay, cool. At least. There's one I'm really looking forward to, on Level 30. Ja, ich meine, wir waren halt einfach nur zu low Level. Also, wäre das jetzt auf unserem Level, dann wäre das eher altes Gucci gewesen. Und der Schneemann, Junge, der war vier Level über uns. Haben wir es dem besorgt? Ne? Haben wir es dem besorgt? So, ich skill in our friendly fire? On Level 30, we'll fight but Stallion. Sehr gut, Leute. So, ich würde mal gucken, wen ich jetzt wegraiden kann. Streamen wir von euch noch weiter? Ne, ne, ich nicht. I'll probably keep going with League of Legends. Cool. Dann wirst du jetzt weggerated. Danke dir. Gut, ich geh mal schon mal aus dem Spiel raus. When do we play next time? Next month. Okay. So, Leute. Also abschließend nochmal. Borderlands 3. Kommt bald raus. Checkt den Link aus. Hier drunter, Alter. Oder im Chat. Alternativ gibt es noch das VIP-Programm. Ist auch verlinkt. Im Chat. Schau dir gerne vorbei. Ich sterbe jetzt nochmal. Ich mach mal schneller. So. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.